War es ein Fehler, ihn zu entlassen? Im Nachhinein ja. Ich habe auf Signale gehört, aber die waren scheinbar nicht richtig. Phrasenmäher, der Fußball-Podcast mit Kai Trahmann. Und heute gibt es richtig gute Nachrichten im Phrasenmäherland. Denn es sitzt mal wieder eine echte Bundesliga-Legende vor dem Mikro. Klaus Alofs hat als Spieler und Manager im Fußball so gut wie alles gewonnen. Europameister, Vize-Weltmeister, Torschützenkönig, Meister, Pokalsieger. All das ist er geworden und er hat unfassbar viele Superstars wie De Bruyne, Diego Klose oder Miku geholt und geformt. Und wenn du dir nun all das anhörst, dann wird dir vielleicht langsam bewusst, dass dieser Klaus Alofs über mehr als 45 Jahre Bundesliga-Erfahrung verfügt. Darüber sprechen wir nun in zwei extrem prallen und unterhaltsamen Phrasenmäherfolgen. Und während du gleich den schönen Ausführungen von Klaus Alofs folgst und ihm zuhörst, da fällt dir vielleicht sehr schnell auf, dass er sehr locker und aufgeschlossen spricht und sich extrem emotional und ehrlich präsentiert. Zwei Stunden spricht Klaus Alofs in Folge 1 und man kann in jedem Satz hören, wie sehr er den Fußball genießt und wie wichtig ihm die Bundesliga ist. In Teil 2, den gibt es hier nächste Woche, da sprechen wir über den privaten Klaus Alofs, über seine Karriere als Spieler und über kuriose Erlebnisse in seiner Bundesliga-Zeit. Und heute in Teil 1, da gibt es das komplette Manager-Paket. Wir sprechen über Millionen, über Transfers, über die wilden und erfolgreichen Werder-Zeiten. Klaus Alofs verrät, dass es in Bremen anfangs sogar einen Protest gegen Miro Klose gab. Er sagt uns, bei welchem Transfer er eine Gänsehaut hatte und warum Niklas Bentner in Wolfsburg nicht ganz so der Bringer war. Zudem verrät uns Klaus Alofs heute, dass die Entlassung von Dieter Hecking als Wolfsburg-Trainer ein Fehler war, sein Fehler war und er gesteht zudem, dass er mal einen Bild-Reporter-Go-Affekt hat. Warum das der Fall war, wie diese ganze Geschichte entstanden ist, das hörst du jetzt in Phrasenmäher Teil 1 mit Klaus Alofs. Viel Spaß. Heute aus Köln, aus einem Kölner Hotel mit Blick auf den Dom und mir gegenüber sitzt Klaus Alofs. Herr Alofs, kannst du was Schöneres geben, als auf den Dom zu schauen? Für Kölner sowieso nicht, für Düsseldorfer ist das auch ein bisschen eingeschränkt, aber ich bin ja kein Zwischendinger, aber ich habe ja beim FC gespielt und bei der Fortuna sowieso und von daher ist das für mich auch immer wieder ein toller Anblick. Und ja, ich bin auch häufiger in Köln, also von daher fühle ich mich hier, so mit dem Ausflug fühle ich mich ganz wohl. Sehr gut, Sie haben es angesprochen, Fortuna, Düsseldorf, Köln, Werder, Wolfsburg, Nationalmannschaft, Ihre Zeit in Frankreich. Wir werden über alles reden in zwei pickepackevollen Phrasenmäherfolgen. Ich kann vorweg sagen, es gab noch nie so viel Rückmeldung bei den prominenten Weggefährten, die wir angefragt haben, die wir gebeten haben, schickt bitte eine Frage an Klaus Alofs. Da kamen sehr viele zurück, die gesagt haben, hey, für Klaus machen wir das immer gerne. Sind ein paar Überraschungen dabei, von Karl-Heinz Rummenigge bis Tim Wiese ist alles dabei. Ui. Jetzt wissen Sie nicht, ob Sie lachen oder weinen sollen. Das ist ja sowieso, wenn man im Tagesgeschäft drin ist, dann sind viele Dinge, stellen sich schwierig dar und mit dem einen oder anderen hat man dann auch mal Auseinandersetzungen, die auch manchmal gar nicht so schön sind. Wenn ein bisschen Abstand betrachtet, verschwindet das eigentlich zum größten Teil. Und die positiven Begegnungen oder was dahinter steht, welcher Mensch dahinter steht und so, das kommt viel stärker in den Vordergrund. Also von daher habe ich jetzt niemanden, wo ich sage, von dem will ich gar nichts hören oder was soll da kommen. Nee, mit dem meisten, mit dem man intensiveren Kontakt hatte über die Jahre, also würde ich das immer wieder machen. Sehr gut und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Klasenmäher. Wir beide kennen uns seit 2001 und hatten auch durchaus mal Themen, wo wir uns auseinandergesetzt haben. Sagen wir es mal so. Ja. Und trotzdem sitzen Sie hier. Gerade war das, ohne dass ich jetzt wusste, wie wir in das Gespräch starten. Aber es ist ja so, dass man in der Situation, wo man dann aneinander gerät, da treffen dann oft zwei Welten aufeinander. Das ist der eine hat eine Aufgabe, der andere hat eine Aufgabe und möchte die möglichst gut machen. Das setzt sich immer voraus. Nur diese Souveränität, das auch immer zu erkennen und zu sagen, ja, der will ja, der will das vernünftig machen und der wird auch seine Gründe haben, die hat man nicht immer. Das ist auch aus der Situation heraus, fühlt man sich dann auch oft persönlich angegriffen. Und wenn es nicht persönlich ist, dann fühlt man sich zumindest in seiner Arbeit oder in dem Falle war es Werder Bremen angegriffen. Und dann gibt es Phasen, wo man ein bisschen souveräner ist. Das sind oft Zeiten, wo man eben parallel auch sportlichen Erfolg hat. Und dann gibt es Zeiten, wo man ein bisschen dünnhäutiger ist. Und ich glaube, so eine Phase hatten wir dann und dann knallt es auch manchmal. Das ist doch sicher etwas, was mich auch so über, durch meine ganze Zeit, insbesondere in der Jugend begleitet hat, dass es da eben auch mal ein bisschen impulsiver sein kann. Was heißt das? Was ist in Ihrer Jugend passiert? Ich glaube, dass der Begriff jähzornig sein schon ganz gut zutrifft, insbesondere eben auf dem Fußballplatz. Da war ich so in der Düsseldorfer Szene, da wo ich in der Jugend dann Fußball gespielt habe, war ich durchaus vielleicht noch ein bisschen berühmt zu der Zeit, weil ich doch einige Tore geschossen habe, aber auch ein bisschen berüchtigt. Ja, weil es eben doch oft Auseinandersetzungen entweder mit den Mitspielern oder mit dem Schiedsrichter gegeben hat. Wenn es dann mal so in Richtung, man ist gefoult worden oder eine Schiedsrichterentscheidung, die man nicht so gut fand. Also dann konnte das durchaus mal, verbal konnte das mal ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber auch durchaus, dass mal so nachgetreten wurde oder solche Geschichten. Also da bin ich das eine oder andere Mal auch vom Platz geflogen. Also das war, dafür war ich dann auch bekannt und das hat sich im Laufe der Zeit aber ein bisschen verbessert. Oh, das ist ein herrlicher Einstieg in den Phasenmäher und wir können wunderbar überleiten. Sie können sich einmal ganz kurz selbst vorstellen. Was ihr über mich wissen solltet. Ja, mein Name ist Klaus Allows, ich bin 63 Jahre, bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe zurzeit wieder im Westen, bin also wieder zurück in die, fast in die alte Heimat. Ich bin Düsseldorfer, das muss man vielleicht auch sagen, gebürtiger Düsseldorfer, lebe aber jetzt in Duisburg. Das sind eigentlich schon die Dinge, die man zwingend über mich wissen muss. Und Sie sind eben vorgefahren am Hotel und Ihr Kennzeichen endet mit der Ziffer 1904. Wollen Sie bei Schalke anfangen? Ist das eine Bewerbung? Ich wollte da so ganz dezent, wollte ich meine Bereitschaft da signalisieren. Nee, das ist eine andere Geschichte, wenn ich die kurz erzählen darf. Ja klar, dafür sind wir hier. Also mein Fahrzeug ist jetzt in Bremen, wurde das zugelassen, so, aber natürlich in Duisburg, weil das mein Wohnort ist. Also in Bremen gekauft? In Bremen gekauft und in Duisburg zugelassen. Und dann gab es jetzt keine besonderen Wünsche, was das Kennzeichen angeht. Und dann glaube ich, dass ein Spaßvogel in der Duisburger Zulassungsstelle seinen kleinen Gag machen wollte. Und hatten wir dann die Buchstaben und dann die Zahlen 1904 vermittelt. Und was mir aber am Anfang gar nicht aufgefallen ist, ich habe da gar nichts mit verbunden. Erst als unser Caddymaster am Golfplatz sagte, nicht sagte, sondern der kniete fast förmlich vor meinem Auto nieder und sagte, als wirklich verrückter Schalke-Fan, sagte, was für ein super Kennzeichen. 1904, das ist ja Schalke und das ist so ein bisschen die Geschichte, die dahinter steht. Und der natürlich sagt, ja, Sie müssen irgendwann, müssen Sie auch mal bei Schalke arbeiten und so. Ich sagte, ja, vielleicht mal irgendwann. Und jetzt können Sie sich die Geschichte 1904, das ist doch Schalke, können Sie sich jedes Mal anhören, wenn Sie irgendwo vorfahren, oder? Ganz oft. Also ich verstehe gar nicht, dass mir das nicht direkt in den Sinn gekommen ist. Ist da irgendwas? Ja, aber es ist nichts. Herrlich. Herr Alofs, Sie haben jetzt auch die Chance, wir haben eben schon darüber gesprochen, es knatscht auch mal zwischen dem Bundesliga-Boss und der Bild, zwischen dem Spieler und der Bild. Jetzt können Sie mal die großen Schlagzeilen auspacken und die Wahrheit über uns erzählen. Das Bild-Bashing. Oh, ja. Da ich im Moment ja gar nicht so richtig betroffen bin, bin ich auch so fast milde. Ja, doch. Ich versuche mich jetzt nochmal in die Zeit zurück zu versetzen, wo ich eben jeden Tag eben auch mit Schlagzeilen oder mit Meldungen, mit Nachfragen, mit Spekulationen eben zu tun hatte. Wenn ich das jetzt so mache, mir ging es so, dass man einfach, Mensch, warum haben die jetzt nicht mal nachgefragt? Warum haben wir nicht darüber gesprochen? Einfach so ein Ding raushauen und jetzt muss ich wieder sehen, dass ich die Dinge klarstelle. Und da steht was über dem Spiel, was man angeblich gesagt hat, das muss sie wieder gerade rücken. Da muss wieder verschiedene Dinge, die einfach dann, ich weiß ja, warum sie auch vereinfacht dargestellt werden oder vielleicht auch so ein bisschen so als Spekulation. Häufig wird das kleine oder größere Fragezeichen, wird weggelassen, weil kein Platz ist. Und die Menschen nehmen das zu 100 Prozent als eine wahre Geschichte und man hat eben häufig eben damit zu tun, die Dinge dann eben wieder gerade zu rücken und zu erklären. Das ist eine Sache, die mich oft ärgert, das ist klar. Das ist auf der einen Seite natürlich negativ für den, der Dinge gerne in Ruhe vorbereiten möchte. Da geht es insbesondere, ging es sehr häufig um Transfers zum Beispiel, wo man sagt, Mensch, das müssen wir in Ruhe vorbereiten und ohne, dass es jemand merkt. Und dann kam dann oft die Bild-Zeitung ins Spiel mit den Trüffelschweinen, die dann überall gesucht haben und oft falsch lagen, das muss man auch sagen, aber eben häufiger doch eine richtige Fährte hatten. Und dann war so der schöne Plan, irgendwann triumphierend zu sagen, so wir haben den Spieler, der hat unterschrieben und das ist alles erledigt. Das war über den Haufen geworfen. Dann hat es die Dinge häufig etwas schwerer gemacht, nicht immer verhindert, das ist ja ganz klar, aber hat es schwerer gemacht. Das sind so ein paar Dinge, die, wo man sich manchmal gewünscht hat, kann die Bild-Zeitung nicht nur einmal in der Woche erscheinen, aber so ist es auch in Ordnung. Ich wäre dabei, das wäre auch nur ein Arbeitstag für mich in der Woche. Ja, klar. Wenn man die Dinge verbessern kann, warum nicht? Ich nehme die Idee immer mit und sage meinem Chef dann, hey, der Klaus Alofs, der hat eine tolle Idee, wir erscheinen nur noch einmal die Woche, ich arbeite nur noch einmal die Woche und allen ist geholfen. Dann könnten wir die Bundesliga retten. Gab es eine Geschichte, wo Sie gesagt haben, da habt ihr es maßlos überzogen, das ging voll am Ziel vorbei, da waren Sie besonders sauer? Gibt es sicher, aber wenn ich ganz weit zurückgehe, dann war das sicher, was einen selbst trifft. Und ich glaube, dass das auch so den handelnden Personen oft gar nicht so bewusst ist, dass so das Umfeld viel härter trifft. Das ist dann unmittelbar die Familie. Oder in der Geschichte, die mir jetzt so in den Sinn kommt, ist es, wenn dann auf der Titelseite die Mutter oder der Vater das Bild von ihrem Sohn sieht. Da sind dann drei oder vier Spieler aufgeführt. Da steht dann drunter, die müssen fliegen, damit wir siegen zum Beispiel. Wenn man selber drin ist, das ist auch nicht schön, aber so für das Umfeld, gerade für die Eltern, das tut weh. Und eins muss man auch sagen, wenn man über so lange Zeit dabei ist, am Anfang kennt man nicht die Spielregeln. Man weiß nicht, was einen erwartet und dass eben das auch dazugehört. Aber wenn man sich dann entscheidet, eben in diesem Geschäft zu bleiben oder in der Öffentlichkeit zu bleiben, dann weiß man auch, wie ist das einzuschätzen und wie sind die Spielregeln. Und man muss nicht alles schlucken, deswegen habe ich mich manchmal auch gewehrt, manchmal auch mit den falschen Mitteln, das gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn man im Gespräch bleibt und Dinge dann versucht eben auszuräumen, dann geht das auch wieder. Und so ein Bildbashing muss ich gar nicht vornehmen. Heute ist alles entspannt, Sie hören meine Fragen und können beginnen, sich dabei zu entspannen. Wenn meine Frage nicht passt, dann steht die Hupe auf dem Tisch. Ich drücke sie jetzt einmal. Die dürfen Sie zweimal nutzen, zweimal pro Folge, wann immer Sie eine Frage nicht beantworten möchten. Und das Schöne ist, heute im Zeitalter von Corona steht hier auch noch Desinfektionsmittel auf dem Tisch, sodass wir die Hupe sofort desinfizieren können. Man muss den Zuhörern noch sagen, dass die ganz weit weg steht. Ich komme also kaum ran. Also selbst wenn ich ganz spontan jetzt drücken möchte, könnte ich es gar nicht. Im Zeitalter von Mindestabstand steht die natürlich jetzt genau so weit entfernt, dass wir beide da noch mit Mühe und Not ran können. Und das Schöne ist, ich kenne Sie, Sie werden sie gar nicht brauchen. Sie können jede Frage lockerflockig beantworten. Sie sind seit 2016 ohne Bundesliga-Job. Was fehlt Ihnen da am meisten gerade? Ja, gar nicht so einfach zu beantworten, weil als ich aufgehört habe, Ende 2016 war das, und das habe ich mir nie vorstellen können, weil die Jahre davor mit all dem Stress und mit all den Herausforderungen, mit Höhepunkten, aber auch mit Tiefpunkten, es war nie so, dass ich das als Stress empfunden habe. Oder als Belastung, Herausforderungen und manchmal eben auch schlaflose Nächte, aber eher seltener und von daher war das etwas, was ich mir nie habe denken können, dass ich mal an einen Punkt komme. So, und das war wirklich gegen Ende 2016 war es soweit. Warum kann ich mir zusammenreimen, aber vielleicht war es eben auch nach fast 13 Jahren Werder und dann ohne Pause am nächsten Tag beim VfL Wolfsburg eingestiegen mit ganz intensiven Jahren, die wir dort hatten. Vielleicht war ich irgendwann irgendwo auch an Grenzen gestoßen, was die Belastbarkeit angeht, eben auch Lösungen zu finden und von daher war das fast eine riesen Enttäuschung natürlich auf der einen Seite, aber auch ein bisschen Erlösung und auch der Moment, wo man einfach mal sagen konnte, so jetzt führe ich ein etwas anderes Leben. Ich habe mich auch ziemlich so zurückgezogen und war auch gar nicht mehr so präsent und habe das wirklich genossen, einfach auch mal eine andere Form des Lebens zu führen, ein bisschen Normalität zu haben, die ja immer noch eingeschränkt ist. Man wird überall erkannt und so weiter, man wird angerufen, wird gefragt, man ist mal da in der Sendung und sagt, das ist ja das Leben, was man vorher geführt hat, so in der Light-Version. Plötzlich konnte man selber darüber bestimmen, was man macht. Es war eben nicht die Saisonvorbereitung oder es war nicht die Winterpause oder es war nicht der Bundesligaspieltag, der eben bestimmt hat, was man wann zu machen hat und das im Kopf hatte, was man eben abzuleisten hatte oder was einen immer angetrieben hat, eben die Mannschaft zu verbessern, erfolgreich zu sein. Das war plötzlich nicht so. Von daher war das gar nicht etwas, wo ich gesagt habe, jetzt vom ersten Tag, das fehlt mir. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass dann natürlich eine Phase kommt, wo man sagt, da bin ich ganz sicher drin, wobei das jetzt keine totalen Erzugserscheinungen sind, wo man jetzt sagt, ich laufe jetzt hier wie so ein Tiger im Käfig herum und bin unruhig oder so. Aber trotzdem ist es so, dass man natürlich sehr genau beobachtet, was passiert, dass man natürlich Fußball weiterhin ganz, ganz intensiv verfolgt und dass man, wenn irgendwo ein Problem ist, dass man sagt, das würde ich vielleicht so machen. Ich bin nicht jetzt derjenige, der das jedes Mal dann auch in irgendwelchen Sendungen oder Kommentaren sagt. Ja, heute hier. Heute hier, ja, heute hier. Und manchmal mache ich die Kolumne dann eben auch über Werder. In der Deichstube, bei den Kollegen von deichstube.de kann ich nur empfehlen für die Werder-Berichterstattung. Genau, das ist klar, weil Werder mir natürlich auch weiterhin am Herzen liegt. Ja, ist es schon diese Herausforderung, Dinge zu bewegen, Dinge nach vorne zu bringen, das ist etwas, was schon, das geht allen so, was schon ein bisschen fehlt. Ich habe zwei potenzielle Bildschlagzeilen im Gepäck. Sie dürfen eine aussuchen. Die erste wäre, endgültig, Alofs geht in Fußballrente oder neuer Job, Alofs wieder Bundesliga-Boss. Welche wählen Sie aus? Ich würde die Letztere nehmen, weil das Erste, in die Zukunft geschaut, kann es sein, dass es keine Beschäftigung im Fußball, dass das Realität wird. Vielleicht, aber es ist nicht geplant. Das wäre nicht etwas, wo ich jetzt sage, ja, das ist absolut in Ordnung und ich habe auch keine Lust mehr. Und ich will mich jetzt da so aufs, in Anführungszeichen, aufs alten Teil zurückziehen. Und das andere, also fühle ich mich durchaus in der Lage, ob es jemals dazu kommen wird, ob es auch als Boss sein muss oder auf einer anderen Konstellation, das weiß man nicht. Aber irgendwas im Bereich Fußball, sich dort eben die Erfahrung unterzubringen oder einzubringen, ich glaube, das ist eher wahrscheinlich. Wir wollen heute gar nicht so viel über Corona sprechen, weil Corona überall in den Medien tagtäglich natürlich das riesenpräsente Thema ist und sich immer neu weiterentwickelt. Kurze Frage nur zu dem Thema. Ist Corona etwas, was Ihnen diese Situation momentan erschwert oder erleichtert? Also ist es schwieriger, jetzt irgendwo Verhandlungen zu führen, ins Gespräch zu kommen, Kontakt aufzubauen? Oder ist es momentan mal ganz gut, um diese Zeit der Ruhe zu nutzen, um den einen oder anderen anzurufen? Also es ist nicht so, dass ich das mit absoluter Konsequenz betreibe und sage, also ich muss jetzt da in Kontakt, da anrufen, da anrufen, ist da was frei oder sich ins Spiel zu bringen. In der Vergangenheit war es so, das war sowohl mit meinem Engagement bei Werder, was sich ergeben hat und ich war nicht auf der Suche nach einem neuen Klub, als ich dann eben von VfL Wolfsburg kontaktiert worden bin. Es ergibt die Situation und es gibt eben auch Aufgaben, wo woanders einfach die Erkenntnis wachsen muss. Also das könnte der Richtige sein. Also da glaube ich nicht, dass man sich da überall ins Spiel bringen muss. Andererseits ist es so, dass glaube ich durch die Situation, die wir jetzt gerade in der Welt haben und natürlich auch im Fußball, dass auch in gewisser Weise ein Stillstand da ist. Auch was die Planung angeht, Trainerfragen, klar in den einen oder anderen, jetzt hatten wir gerade Berlin, hat eine Trainerfrage jetzt erstmal gelöst oder hat er was gemacht? Michael Preetz, im Frasenmäher hat er verkündet, dass Alexander Nuri dann irgendwann auch gehen muss. Er hat es dann sogar noch ein bisschen beschleunigt, aber vor einigen Wochen, Michael Preetz im Frasenmäher sagt, der Herr Nuri ist dann im Sommer weg. War ja auch eine besondere Situation, aber jetzt stehen glaube ich andere Dinge im Vordergrund. Es steht wirklich im Vordergrund, die wirtschaftliche Situation zu klären oder zu meistern, die Probleme, die doch die meisten Klubs eben haben. Ja, da würde glaube ich in vielen Fällen, würden jetzt Veränderungen, würden auch gar nicht so reinpassen und steht nicht so im Vordergrund. Also von daher ist es doch eher, nicht überall, wie ich es gesagt habe, aber meistens ist doch Ruhe eingekehrt. Und zum Thema Ruhe hat jemand eine Frage, den Sie sehr gut kennen. Ihr Bruder, Thomas Alofs, drei Jahre jünger als Sie, hat zusammen gespielt mit Ihnen für die Fortuna, für den FC und hat jetzt eine Frage. Zum Thema Corona nochmal an der Stelle. Hallo und viele Grüße an die BILD-Redaktion. Hallo Klaus. Ganz überraschenderweise mache ich an dieser Aktion mit. Ich habe einige Fragen an dich. Die erste Frage lautet, was hat dich bisher in der Krise am meisten überrascht? Was mich überrascht hat, ist die Disziplin der Menschen. Ich selber habe auch am Anfang gesagt, jetzt macht euch mal nicht verrückt, das sind Dinge, die man jetzt nicht überbewerten darf. Da werden wir schnell, werden wir eine Lösung finden. Aber das hat sich eben doch ganz anders herausgestellt. Und ich glaube, dass viele so vielleicht am Anfang gedacht haben und als man erkannt hat, das geht jetzt nur mit eiserner Disziplin oder mit ziemlicher Disziplin, dann haben doch fast alle Menschen eben auch mitgemacht und haben sich an die Regeln, die eben dann eben auch von der Bundesregierung vorgegeben worden sind, gehalten. Und was mich überrascht hat, ist eben dann auch diese Hilfsbereitschaft, die man dann plötzlich merkt und dass dann so eine Gesellschaft doch in der Lage ist, zusammenzurücken. Ob das etwas ist, was anhält, das ist ja jetzt auch schon die Diskussion, das weiß ich nicht, auch ein großes Fragezeichen. Aber das waren zwei Dinge, die mich sicher am meisten überrascht haben. Ja und natürlich die Tatsache, dass wir doch in einer hochentwickelten Welt sehr verletzlich geblieben sind. Ihr Bruder hat es gerade schon anmoderiert, er hat mehrere Fragen. Das heißt, jetzt kommt direkt die zweite. Und da wird es natürlich, Sie kennen Ihren Bruder, ein bisschen indiskreter, ein bisschen privater. Seit geraumer Zeit setzt du ja die Tradition unseres Opas, der war nämlich Konditormeister, fort und wächst auch ganz gerne zu Hause. Gibt es schon eine neue Kreation? Das würde mich interessieren. Aber nicht so etwas Schweres, denn ich würde das gerne nachbacken. Oh, da muss ich ja ganz simple Sachen machen. Erst nochmal das, was Thomas angedeutet hat, das ist Familientradition. Mein Großvater war Konditor und von daher sind wir da so ein bisschen vorbelastet, was die Liebe zu Süßem eben angeht. Das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist. Früher, als ich wirklich noch voll im Berufsleben stand, da mal den Kochlöffel zu schwingen oder einen Kuchen zu backen. Und das ist etwas, was ich in den letzten zwei, drei Jahren einfach, was mir Spaß bereitet hat, so ein paar Dinge auszuprobieren. Und eine Spezialkreation war, die mein Bruder auch gerne isst, war ein ganz gesunder Kuchen. Möhrenzucchini, hört sich ganz seltsam an, aber schmeckt, also das ist auch noch gesund. Und jetzt, lieber Thomas, etwas, nicht sehr originell, aber was sehr gut schmeckt, ein Lemon Cake habe ich entdeckt, ein Rezept. Und das schmeckt auch gut, werde ich dir demnächst mal vorbeiregen. Backs Lemon Cake oder ohne Bier? Ohne Bier, ohne Bier. Also kein Backs Lemon Cake, okay. Gibt es auch Backs Lemon Cake? Hätte ich jetzt gedacht, wäre was für mich jetzt gewesen, dass man so eine Kiste Backs Lemon kauft. Kann ich vielleicht noch verfeinern, das geht, ja. Das heißt, Sie backen jetzt größere Brötchen oder kleinere Brötchen als damals in Wolfsburg? Keine Brötchen, sondern Torten oder beziehungsweise Kuchen. Was müsste jetzt passieren, damit das Backblech gegen die Bundesliga eingetauscht wird? Ist es dieser eine Anruf? Gibt es was in der Pipeline, wo Sie sagen, das könnte was werden? Also es ist ja so, dass es immer wieder Gespräche gibt, die in diese Richtung zielen und dass man über Möglichkeiten redet oder manchmal auch konkrete Anfragen. Es ist so, dass ich das große Glück hatte, eben nach meiner aktiven Zeit, eben kurze Zeit bei Fortuna als Trainer gearbeitet habe, aber dann eben bei Werder, glaube ich, genau an die richtige Stelle gekommen bin. Verein, auch im Wandel damals, der Verein Werder Bremen, trotzdem in einem Wandel, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber damals war ein richtiger Wandel und ich war von Anfang an mit dabei. Habe das große Glück gehabt, dort als Berufsanfänger eben Leute an meiner Seite zu haben, im Vorstand, in der Geschäftsführung, die mir so viele Dinge eben auch beigebracht haben und ich hatte die Möglichkeit, meine Erfahrung, mein Wissen aus dem Fußballbereich einzubringen. Also es ist einfach ein toller Verein und das kann man so sagen. Und dann anschließend mit VW Wolfsburg auch ein Verein, der, was die Sympathien angeht, natürlich nicht die Strahlkraft hat wie viele andere. Das ist ganz klar, das darf man auch nicht erwarten, aber ein Verein, wo man sehr viel bewegen konnte, wo es großen Spaß gemacht hat zu arbeiten. Also das zu der Antwort, die dann kommt, zwei Klubs, wo die Messlatte ziemlich hoch gelegen hat. Das hat genau gepasst. Ganz ehrlich, so sollte auch die nächste Aufgabe, sollte auch in so einem Rahmen sein. Das heißt jetzt nicht, da müssen die Mittel sein wie beim VfL Wolfsburg. Es muss so sein, genauso wie bei Werder Bremen, aber es muss etwas sein, wo man sagt, so, hier kannst du etwas bewegen. Hier sind die Voraussetzungen so, dass man etwas voranschieben kann und dass das, was man einbringen möchte, so wie es in den beiden Klubs, von denen ich gerade gesprochen habe, dass man als Team etwas bewirken kann. Wenn man da überall einen Haken dran machen kann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es nochmal in die Richtung geht. Gibt es da mit Anfang 60 einen Traumjob? Sie haben alles erlebt. Sie haben als Manager die Meisterschaft geholt, das Dubel in Bremen, Pokalsieg mit Wolfsburg. Sie haben eigentlich alles erreicht. Gibt es da einen Traumjob? Nicht konkret, dass ich sage, ach, es ist toll, wenn jetzt, ich nehme jetzt einen Klub, der ganz absurd ist, weil, damit man da jetzt nicht sagt. Wir machen aus all das Schlagzeilen. Weiß ich ja. Also, wenn jetzt Real Madrid anrufen würde, das wäre jetzt mein Traum. Nee, das ist es nicht. Also, es ist wirklich, auf der einen Seite ist es so, dass ich absolut flexibel bin. Bundesliga sollte es schon sein. Erste Bundesliga, meinen Sie jetzt, oder Deutschland sollte es sein. Nicht zwingend. Also, ich habe in Frankreich eine Zeit lang gelebt, spreche Französisch, Englisch kann es sein, Italienisch geht auch ein bisschen und, und, und. Ach Quatsch, Sie können Italienisch auch, ne? Ein bisschen, also jetzt keine Frage dazu. Aber ich will damit sagen, dass ich da, glaube ich, flexibel bin. Also, dass man gar nichts ausschließen sollte. Aber in dem Land, wo man viele Jahre gearbeitet hat und so, dass man da natürlich am effektivsten arbeiten könnte, das mag sein. Aber da darf man, glaube ich, gar nichts ausschließen. War es im Nachhinein für Sie ein Fehler oder genau richtig, dass Sie nach dem Ende 2016 in Wolfsburg den Vertrag ausgesessen haben und bis Mitte 2019 dort das Gehalt genossen haben? Eine Lösung wäre nicht ganz einfach gewesen mit dem VfL, nicht, weil da die Bereitschaft nicht da war. Aber es gab eben, wir wissen es ja alle, Wolfsburg war zweimal in der Relegation und das hätte auch Auswirkungen auf meinen Vertrag gehabt. Also, von daher war das so ein bisschen ungewiss, was passiert da, was wird der Vertrag überhaupt für eine Laufzeit haben. Also, ihr Gehalt hätte sich dann verringert. Ja, der Vertrag wäre vorzeitig beendet gewesen. Also, von daher war eine Lösung nicht ganz einfach, wären schon die Erwartungen, glaube ich, unterschiedlich gewesen. Fußball ist, glaube ich, wie in allen Bereichen, es ist sehr schnelllebig und die Zeit geht weiter und wenn man also auch unbedingt sofort weitermachen will und so weiter, dann ist es besser, sich dann gleich wieder in dieses Bad hineinzuschmeißen. Aber mein Gefühl war damals eben ein anderes. Ich habe gesagt, jetzt muss nochmal eine Phase sein, wo man ein anderes Leben führt. Ich glaube, man sollte nicht sagen, wenn ich dann mal so und so alt bin, dann mache ich das und das und das, sondern man muss es dann machen, wenn es gerade ansteht und man muss die Situation nutzen. Wenn man im Bundesliga-Job drin ist, dann gibt es nur Fußball. Fußball, dann denkt man von Spiel zu Spiel und alle anderen Dinge, das wissen meine ehemaligen Kollegen können das bestätigen, die geraten doch ziemlich weit in den Hintergrund. Und das wird einem dann hinterher, wenn man ein bisschen Abstand hat, bewusst. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Die müssen nicht immer so schön sein wie Fußball, aber die sind auch ganz lebenswert so und von daher war das die Zeit und ich bereue das bisher auch gar nicht, dass ich das so gelöst habe oder dass wir es gemeinsam so gelöst haben, weil ich habe das natürlich mit meiner Frau besprochen und wie sollen wir das angehen und da war für uns klar, dass wir einfach auch mal ein Stück weit ein anderes Leben führen. Und wer weiß, wie lange das andauert. Vielleicht wer immer und vielleicht ist es morgen schon ganz anders. Ihr Bruder Thomas macht jetzt das, was Sie 1980 schon gegen die Niederlande gemacht haben. Er schnürt jetzt den Dreierpack und stellt die dritte Frage. Danach kommen dann viele, viele Fragesteller aus der Bundesliga, aber vorab nochmal Ihr Bruder Thomas. Natürlich auch eine sportliche Frage. Das ist eigentlich eine Frage, die ich nur weiterleite. Denn überall, wo ich hingehe, werde ich gefragt, was du machst bzw. warum du als Düsseldorfer erfolgreichster Spieler der letzten Zeit von Fortuna Düsseldorf und als erfolgreicher Manager mit unheimlich vielen Erfolgen nicht bei der Fortuna mitarbeitest. Ist keine so schöne Frage oder keine angenehme Frage, aber das interessiert die Leute. Und ich könnte vielleicht den Leuten dann auch eine Auskunft geben. Also viel Spaß noch bei dieser Aktion. Bis dann, bleibt gesund. Sehr journalistische Denke von Ihrem Bruder, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was er damit andeuten wollte. Allein schon die, ich sage jetzt mal nicht die Hemmungen, aber eine unangenehme Frage, das so zu titulieren, weil das ist ja eigentlich eine normale Frage. Und die Tatsache, ja, dass man sich so ein bisschen windet, was die Zusammenarbeit oder das Verhältnis Fortuna Düsseldorf und Klaus Allofs oder Thomas Allofs auch angeht. Ja, es ist seltsam. Also das ist, wir sind nie so richtig zueinander gekommen. Prinzipiell, ich bin Düsseldorfer und Fortuna ist mein Verein. Ich habe als Jugendlicher, Toskeresheim war mein erster Verein vor Ort in Düsseldorf, bin dann aber als B-Jugendlicher zur Fortuna und habe dann sechs Jahre dort als Profi gespielt. Also das ist mein Verein, bin als Kind, bin ich mit der Fahne zu, damals noch Regionalligaspielen. Mit der Fahne zum Wedeln, ne? Nicht mit der Fahne, na. Ja, ja, um das hier sicher zu schauen, Sie haben nicht nach Alkohol gestorben. Ja, gut, ja, man muss sich schon klar aussagen, das stimmt. Nee, also mit der Vereinsfahne bin ich dann zu den Heimspielen, aber auch zu den Auswärtsspielen gefahren, also das ist schon mein Verein. Ich bin auch froh, dass ich, das war lange Zeit nicht so, seitdem mein ehemaliger Kollege Thomas Röttgermann bei der Fortuna in der Verantwortung ist. Mit dem habe ich ja über vier Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet. Es ist ein etwas besserer oder anderer Kontakt entstanden und ich bin jetzt auch, wenn es die Zeit zulässt, bei fast allen Heimspielen, also es ist da schon ein bisschen mehr Nähe entstanden. Aber ich bin auf gar keinen Fall derjenige, der jetzt über, es hat so viele Geschichten darüber gegeben und das fragt wirklich jeder, warum gehst du zur Fortuna, wann machst du das? Wissen Sie, wer noch fragt? Wir hören mal eben einmal ganz kurz rein, Michael Pretz. Michael Pretz, ja. Ex-Fortune, Frasenmäher-Legende, hat hier zuletzt eine große Performance hingelegt. Die Messlatte liegt also hoch für sie heute. Düsseldorfer eben, ne? Ja, er fragt auch jetzt zur Fortuna. Ja. Lieber Klaus, ich würde dich gerne fragen, ob es dich nie gereizt hat in den letzten Jahren einmal eine verantwortliche Rolle in unserer Heimatstadt Düsseldorf bei der Fortuna zu übernehmen. Schöne Grüße aus Berlin, dein Michael. Ich könnte die Frage sofort zurückgeben an ihn, warum er sich so lange da in Berlin aufhält. Ihm gefällt es da so gut. Ja, sicher. Mir hat es ja auch gut gefallen, sowohl in Bremen als auch in Wolfsburg. Und von daher stand das lange Zeit überhaupt nicht zur Debatte und auch der Weg, den die Fortuna eingeschlagen hat, das war irgendwie, war das nicht so zu synchronisieren. Das ist einfach so. Aber um es wirklich ganz kurz zu machen, bisher hat es kein Interesse auch von Seiten der Fortuna gegeben. Und das ist eigentlich immer das Entscheidende, wie ich es eben gesagt habe, zu Aufgaben muss man gerufen werden. Und wenn man nicht gerufen wird, dann muss man sich damit auch abfinden. Und vielleicht darauf hoffen, dass es eines Tages noch passiert. Eins ist klar, und das habe ich ja gemerkt, als ich Trainer bei der Fortuna war. Das war in der zweiten Liga. Eigentlich stand das gar nicht auf dem Plan. Ich hatte meine Trainerlizenz gemacht und war bereit, Trainer zu machen, aber wollte eigentlich bei der Fortuna schon was anderes machen. Und hatte mit dem Verantwortlichen damals gesprochen, hatte auch gesagt, so das und das habe ich vor. Ich sollte nicht in der Trainerrolle sein, sondern damals schon als Manager und hatte eigentlich schon was vorgesehen. Und dann ging das aber nicht, auch aus finanziellen Gründen. Und dann, zwei oder drei Monate später, war die Situation so. Ich war im Einsatz für das ZDF, damals mit Rudi Zerne haben wir ein Team gebildet bei der Fußball-WM in Frankreich. Nach 90, ne? Ja, und dann kam die Anfrage und willst du das nicht bei der Fortuna machen? Eigentlich kam das zu früh. Erfahrung als Trainer hatte ich nicht gesammelt. Auf der anderen Seite, du musst das jetzt machen und das wäre gut für die Fortuna. Es war im Nachhinein, obwohl es nicht erfolgreich war, war es für mich eine ganz wichtige Zeit, weil ich so viel gelernt habe. Und habe mich wirklich so weit nach vorne gebracht. Aber die Erwartung war natürlich eigentlich nicht gerechtfertigt. Dass man als Spieler dorthin kommt, der sehr erfolgreich war, dann auch in anderen Clubs und so. Und dann zu seinem Heimath-Club zurückkommt. Und dann hat man gedacht, so, jetzt geht alles von alleine. Und das ist eben eine besondere Situation gewesen. Und das könnte natürlich jetzt auch sein, dass man sagt, so, dann geht alles. Wir wissen alle, dass Fortuna jetzt gerade auch in einer schwierigen Situation steckt. Sogar noch ein bisschen besser dasteht als Werder zurzeit. Das ist eigentlich erstaunlich, aber trotzdem noch in einer schwierigen Situation. Und dass es auch in Zukunft nicht ganz so einfach werden wird, wieder an ganz alte, glorreiche Zeiten heranzureichen. Das ist immer ganz klar. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der Realismus aber auch schon da, dass auf der einen Seite großes Potenzial in diesem Klub steckt und dass es aber noch ein weiter Weg ist. Uli Hoeneß wollte Sie damals mal zu den Bayern holen. Da gab es immer mal Gespräche, aber den Transfer, den Deal gab es nie. Worin ist das gescheiter? Um damit vielleicht aufzuräumen. Es hat nie einen Vertrag gegeben oder ein Vertragsangebot hier, bitte mach das. Sondern wir haben uns ja in ganz vielen Situationen, sind wir uns ja begegnet. Sind uns auch mal in die Haare geraten, vor laufender Kamera und, und, und. Aber wir haben ja doch einige Vertragsverhandlungen auch geführt. Und was mit den Bayern nicht so einfach ist. Die schon wissen, was sie darstellen und welche Zugkraft sie auf Spiele auch entwickeln können, aus verschiedenen Gründen. Und da eben mitzuhalten, das ist nicht ganz einfach. Aber von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass in der Beziehung jetzt zu Uli oder ob das jetzt Karl Rummenigge war, mit dem ich ja auch noch längere Zeit zusammengespielt habe in der Nationalmannschaft, dass da immer ein großer Respekt war. Und das auch in der Verhandlungspause, dass wir mal darüber gesprochen haben, Mensch, wie geht das denn bei dir mit Werder weiter oder so? Wäre das denn vielleicht mal denkbar und so weiter? Ach Gott, das heißt, man verhandelt knallhart, macht dann Pause und dann ist so Spielstopp wie bei kleinen Kindern? Ja, ich meine, dass es so ähnlich war. Oder vielleicht war es auch bei einer anderen Gelegenheit. Aber das Gespräch darauf kam und ich fühle mich bei Werder wohl. Aber es kann ja mal anders sein und wenn ihr Interesse habt und wenn das irgendwie zusammenpasst, warum nicht? Aber es ist eben nicht dazu gekommen, weil auch anschließend es mit Werder wirklich sehr gut gelaufen ist. Und wir waren, ich glaube, sechsmal waren wir hintereinander in der Champions League und die Titel haben wir eben schon Meister und Pokalsieger und Europapokal-Endspiele. Ich meine, das ist ja was Besonderes und da gab es auch ganz lange Zeit, gab es für mich überhaupt keinen Grund darüber nachzudenken, Werder zu verlassen, weil es einfach Riesenspaß gemacht hat, eben an dieser Stelle auch bei Werder Bremen eben in der Verantwortung zu stehen. Reden wir mal über das Verhandeln mit den Bayern. Gab es da bei den Bayern dann diese klassische Einteilung Good Cop, Bad Cop zwischen Rummenigge und Hoeneß? Oder warum war das, Sie sagten gerade, die haben dann schon mal die Muskeln spielen lassen, die haben schon mal gezeigt, wer sie sind. Wie lief das konkret? Ja, Muskeln spielen in dem Sinne, dass sie die Dinge, die sie umsetzen wollen, und das war sicherlich vor zehn, 15 Jahren war es vielleicht noch extremer. Wenn Bayern gerufen hat, dann ist der Spieler gekommen, weil es eigentlich auch diese Alternativen vielleicht gar nicht so gab. Aber Bayern war einfach in Deutschland, so wie sie es heute eigentlich immer noch sind, das Neuen plus Ultra, was die Möglichkeiten angeht. Und dann hat man eben auch bei aller, ich habe gesagt, mit großem Respekt, glaube ich, dass da immer ein großer Respekt war eben für Werder Bremen und für die handelnden Personen. Aber dass man auf der anderen Seite auch knallhart eben seine Interessen durchsetzen wollte. Wie läuft das denn ab? Nein, worauf ich hinaus wollte, war ein Fall damals mit Miro Klose zum Beispiel. 2007. Ja, 2007, wo wir auf der einen Seite natürlich wussten, ja klar, Miro werden wir auf Dauer nicht halten können. Nur wenn dann eben Gespräche, wenn man eigentlich sonst miteinander sehr gut kann und fair miteinander umgeht. Und wenn dann so kurz vorm, ich glaube, das Halbfinale war das, was wir dann zu spielen hatten. Gegen Espanol, Barcelona. Gegen Espanol, so. Und dann kam dann die Meldung vom Treffen. Geheimtreffen, Bündnis, Gitzfeld und Kursen. Vom Geheimtreffen, ich glaube, aufgedeckt von der Bild-Zeitung. Ja, in Hannover. Genau. Das habe ich eben noch vergessen beim Bild-Zeitungs-Bashing damals, die Geschichte. Da können wir ja nichts für. Nein, nein, nein. Aber da merkt man auch eben, dass dann eben die eigenen Interessen eben auch natürlich im Vordergrund stehen. Das ist ja auch... Nehmen Sie uns mal mit. Wir sind im harten Konkurrenzkampf immer gewesen. Und da war das etwas, wo wir natürlich sehr enttäuscht waren. Und dann rufen sie an bei den Bayern und sagen, Uli, Kalle, das geht so nicht. Und die sagen, was willst du denn? Der Spieler will zu uns. Oder wie funktioniert das? Ja, also 2007 ist schon lange her. Also da jetzt wieder alle Einzelheiten. Aber Sie können sich erinnern, Herr Ruf. Nein, 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 also alle Einzelheiten. Nein, aber in der perfekten Welt hätte Bayern gesagt, nein, jetzt können wir nicht mit ihm reden. Das geht nicht. Der muss sich jetzt auf sein Spiel konzentrieren. Und Werder Bremen muss für Deutschland jetzt dieses Halbfinale gewinnen und Punkte sammeln und vielleicht ins Endspiel kommen. Das wäre das in der perfekten Welt. Wäre das so gewesen. In der Bayern-Welt? Nein, nicht in unserer Welt, in der wir leben, ist es so, dass es dort auch einen Berater gegeben hatte, auch großes Interesse hatte, das voranzutreiben, dass der Spieler sich natürlich auch geehrt fühlte, dass dort ein Gespräch stattfinden sollte. So und, und, und. Es kommen dann so ein paar Dinge zusammen, wo man dann im Nachhinein vielleicht sogar verstehen kann, aber enttäuscht ist man trotzdem, weil man eigentlich an das, an die perfekte Welt glauben möchte. Ich meine, man muss solche Geschichten ja auch immer im Nachhinein dann nochmal bewerten. Gerade jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen war es so, dass Miro befördert worden ist und immer noch bei Bayern ist. Also von daher war das ja auch kein schlechter Schritt, den er damals gemacht hat. Reden wir mal über diese schönen Dinge im Fußballerleben, im Bundesliga-Leben. Sie haben sich einen Namen gemacht als Spürnase. Ich weiß noch, wir haben sie damals im Bild die Supernase getauft. Mein Zahnarzt hat das Bild noch, hat diese Seite noch ausgeschnitten und hängt an seiner Pinnwand, ja. Ihr Zahnarzt? So wird mein Zahnarztbesuch verschönert, ja. Wirklich? Ja. Warum hat er das gemacht? Ich meine, der sieht ihre Nase natürlich immer aus einem anderen Blickwinkel. Das hängt bei Ihrem Zahnarzt im Büro oder in der Praxis? Ist gleichzeitig auch mein Freund und übrigens Schalke-Fan. Ist eigentlich ganz in Ordnung, aber verrückter Schalke-Fan. Ja, und freut er sich über das Kennzeichen 1904. Ja, ja, der auch. Ja, der freut sich auch, ja. Sie haben damals als ersten Top-Transfer einen gewissen Claudio Pissarro, heute noch in der Bundesliga aktiv, 99 von Allianza Lima nach Bremen geholt. Für 1,5 Millionen. Kann sein 1,5 oder 1,7, ich weiß es nicht mehr genau, ja. Sagen wir mal für 1,5 Millionen. Wie lief das genau ab? Wie haben Sie den entdeckt? Am Ende stehen ja immer die Supernasen. Aber das ist ja immer, oder meistens ist es ja Teamwork. Entweder sind das Scouts, entweder sind dort Verbindungen, die man hat und die eben dazu führen, dass man auf Spiele aufmerksam gemacht wird. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen, wie man dann letztendlich an einen Spieler gerät oder sich mit dem auseinandersetzt und andere es vielleicht nicht machen. In dem Fall war es so, dass wir waren ja gerade zusammengekommen in der Konstellation, Klaus-Dieter Fischer, Manni Müller, Jürgen Born. Die damalige Werder-Führungsriege? Die damalige Werder-Führungsriege, Jürgen Born und ich. Und Jürgen Born war ja lange, lange Jahre in Südamerika und hatte einen Kontakt, woher auch immer und kam irgendwann eben mit der VHS-Kassette, das war damals noch eine VHS-Kassette und da waren dann Aufnahmen von Claudio. Das haben wir uns angesehen und das war interessant. Auch damals war es schon so, dass man die Tore zusammenschneiden kann und die weniger grünen Szenen sieht man natürlich nicht, aber das war etwas, was uns alle neugierig gemacht hat. Auf der anderen Seite war es so, Werder war gerade ein Jahr vorher dem Abstieg ertronnen, das richtige Selbstvertrauen, so wir sind jetzt der Klub und so, das war eigentlich gar nicht da, das musste erst entwickelt werden. Ich war ganz neu, wir alle waren gut, Manni Müller, Klaus-Dieter Fischer, klar, alte Hasen, aber Jürgen Born war ganz neu. Wir mussten uns ja auch erstmal so rantasten. Wir haben übrigens, eine der Verpflichtungen war auch Julius César, das war ja auch eine ganz verrückte Geschichte. Oder werden sie gleich noch zu gefragt. Eine ganz verrückte Geschichte. Also man muss ja auch daran glauben und dann gleich nach Peru zu fliegen und da jemand, der damals war das ja noch ganz, ganz weit weg, ist immer noch weit weg, aber man wusste ja nicht viel. Aber als wir dort waren und mit Claudio gesprochen haben, der damals 18 Jahre alt war, 18,5 oder war früher gar schon 19, da hatte man trotzdem ein gutes Gefühl. Dann noch so das Elternhaus, das Umfeld, das war ein gutes Gefühl und trotzdem war das ja ein Ding, was wirklich auf Messerschneide stand. Wir waren schon dreimal aufgerufen worden, dass der Lufthansa-Flug geschlossen wird. Wenn wir jetzt nicht sofort einsteigen, fliegen die ohne uns zurück. Und der Vertrag mit Claudio war noch nicht unterschrieben. Claudio und sein Berater, die waren also auch entspannt. Entspannt will ich nicht sagen, aber sie hatten noch etwas in der Hinterhand. Das war damals Betis Sevilla, was ja eigentlich für einen Jungen 19 Jahre alt, so Spanisch als Sprache und wenn man dann aus Peru kommt, wäre das ja der viel leichter Schritt gewesen. Das war noch so im Hintergrund. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt hier wegfliegen, dann ist er weg. Dann werden wir ihn nicht mehr kriegen. Und wir haben wirklich gewartet, gewartet, gewartet. Und in letzter Sekunde hat Claudio wirklich unterschrieben. Was haben Sie gemacht, damit er unterschreibt? Also wir haben ihn natürlich von den Vorzügen, Werders haben wir gesprochen und was weiß ich, da hatte er sich ja auch erkundigt und auch seinen Berater damals. Also du musst ja irgendwie noch mal eine Zahl rangehängt, eine Null rangehängt oder? Nee, das war ja das, dass man im Laufe der Verhandlungen dann natürlich ein bisschen mehr alleine lassen musste und ein bisschen mehr zahlen musste, das war klar. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende wirklich ausschlaggebend war. Ich glaube, dass er dann verstanden hat, eben auch als wir dann einfach so hartnäckig waren, dass er gesagt hat, die wollen mich wirklich absolut oder die wollen mich unbedingt, komm, ich mach das. Und ich glaube, das war nicht die schlechteste Entscheidung sowohl für Werder oder Fußball Deutschland, aber auch für Claudio, glaube ich, war es eine sehr gute Entscheidung. Haben Sie den Flieger noch gekriegt dann? Den haben wir noch bekommen, die haben also wirklich auf uns gewartet. Stimmt es, dass Sie in Peru vor verschlossenen Türen standen, als Sie Claudio zum ersten Mal dann besichtigen wollten, also seine Spielweise sehen wollten, ihn beobachten wollten? Bei Alianza? Es gibt die Geschichte von einem Loch im Zaun. Dass wir da durch sind? Ja. Es ist so gewesen, dass wir etwas zu spät waren und das aus Sicherheitsgründen waren die Stadion-Tore, waren schon verschlossen. Da mussten wir dann irgendwo eine Möglichkeit finden, reinzukommen und wir sind dann aber, Loch im Zaun hört sich besser an, wir sind dann irgendwo, ist ein Tor, dann hat sich wie von Geisterhand geöffnet und wir kamen dann doch noch ein, ja. Ja, da hat dann wahrscheinlich Jürgen Born, der gute Südamerika-Kenner, nochmal eine Tür geöffnet. Sie haben es gerade angesprochen, Julio Cesar ist ein Deal gewesen, der sehr, sehr schräg war damals und noch umstritten und noch heute in der Bundesliga ein Thema ist. Nee. Doch. Und zwar von Ihrem Manager-Nachfolger, er war mal Ihr Auszubildender bei Werder von Frank Baumann. Hallo Klaus, hier ist Frank Baumann. Ich hoffe, dir geht es gut und du bist gesund. Du bist im 99er fast parallel zu Werder gekommen. Einer deiner ersten Transfers neben Claudio war Julio Cesar. Für mich eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, mit denen ich zusammengespielt habe. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie der Transfer damals zustande kam. Ja, mache ich gerne. Freut mich, dass Frank jetzt an verantwortlicher Stelle bei Werder ist und wir sind wirklich 99 sind wir gemeinsam zu Werder gekommen. Also ich war nicht verantwortlich für Franks Verpflichtung, das war schon in trockenen Tüchern. Er kam damals aus Nürnberg? Aus Nürnberg, ja. Und toller Spieler. Bei Frank hat man immer erst gemerkt, wie wichtig er ist, wenn er nicht gespielt hat. Und deswegen jemand, dem ich den Erfolg gönne und der wirklich absolut zu Werder passt. Also ich freue mich, dass er jetzt auch eine Frage stellt. Julio Cesar war Spieler in Griechenland und hatte seine Karriere beendet. Und kam dann nach Deutschland, wollte als Agent, als Spielervormittler arbeiten. Und kam eben nach Bremen und wollte mir einige Spieler anbieten. Mit denen konnte ich aber so richtig nichts anfangen. Und da wir einen erfahrenen Spieler, das hatte ich mit Thomas Schaaf, hatten wir darüber gesprochen, dass wir jemanden gebrauchen könnten. Also das stand bei uns ganz oben auf der Liste. Und dann habe ich gesagt, mich interessiert eigentlich weniger, wen du mir jetzt bringen willst. Ich möchte, dass du spielst. Dass du bei uns spielst. Und er hat gesagt, nee, nee, meine Zeit ist vorbei und weiß auch nicht, in Griechenland war das auch seltsam. Er hat kein Geld bekommen, glaube ich, hat auch unregelmäßig trainiert. Und hatte eigentlich schon einen Haken an seine aktive Karriere gemacht. So und dann war das aber, als ich da mit dem Vorschlag zu meinen Kollegen kam, 36 war er, glaube ich, mindestens. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie alt er war. Alle haben gesagt, ja, toller Typ, was er bei Dortmund, was er da gemacht hat und so. Ja, aber der war jetzt in Griechenland, den können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. So und da sind wir auch richtig für kritisiert worden. Dabei war das ein Deal. Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der war fast zu 80 Prozent, war der leistungsbezogen. Also Julio hat wirklich nur Geld bekommen, wenn er gespielt hat. Dann ist er sehr gut bezahlt worden für Werder-Verhältnisse. Aber das war, wir hatten wirklich kaum Risiko zu tragen. Und trotzdem sind wir dafür fast für verrückt erklärt worden, was wir denn jetzt hier alles machen. Ein ganz Jungen aus Peru, dann so einen aus Brasilien, der zwar bei Dortmund war, der eine große Karriere hinter sich hatte. Also im Nachhinein habe ich gesagt, eigentlich warst du verrückt, deinen ersten Transfers sowas zu machen. Also wirklich Risiken einzugehen. Gute César war, was vielleicht die alle wissen, aber Frank hat es ja angedeutet, war fast der Schlüssel für die Entwicklung Claudius. Dann hatten wir noch jemanden, das war Atsundara Chikutsu, der einigen noch einen Begriff, der auch... Ein quäliger Namibia auf dem Platz und auch außerhalb. Und auch außerhalb, aber viel entscheidender. Also für Claudio, Claudio wäre sein Weg, glaube ich, auch so gegangen. Raschi, weiß ich nicht, ist sein Weg ja auch nicht so zu Ende gegangen. Aber einer wäre garantiert durch den Raster gefallen, das war Ailton. Und eigentlich mit der Verpflichtung von Julio César war es so, dass er plötzlich jemanden hatte, der ihn an die Hand genommen hat. Und das war wirklich der Papa dieser Truppe und auch von ein paar anderen. Der hat vorgegeben, wie die Frisur sein musste, welche Kätzchen man trug. Wirklich? Ja, das war wirklich so. Und die haben den wirklich als vergöttert, wäre zu viel, aber die haben den total anerkannt. Und der geht dann hin und sagt, Frisur seid nicht. Ja, der hat das vorgemacht, der hat das vorgemacht, Dinge vorgelebt. Und hat ja auch durchaus, er selbst war ja auch jemand, der auch gelebt hat. Und was heißt das ja, Alup? Heißt, dass er eben auch gefeiert hat und dass das eben auch zu seinem Leben gehörte. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann auf dem Platz war, dann konnte man sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Und ich habe das selten oder gar nicht mehr erlebt. Er war zu der Zeit nicht mehr schnell. Aber die Stürmer, wenn die ihn gesehen haben, egal wo wir gespielt haben, das waren nicht nur die eigenen. Die haben ihn gesehen und haben einen Sicherheitsabstand, haben die erstmal eingeplant. Die sind, fünf Meter wollten die an ihm vorbei und das geht ja da nicht immer. Also der hat so einen Respekt gehabt bei seinen Mitspielern oder seinen Gegenspielern. Und natürlich bei den Jungs, von denen ich eben gesprochen habe, dass er wirklich jemand war, der unsere Mannschaft damals so richtig nach vorne gebracht hat. Und der Mitentscheidende dafür war, dass Ailton, das darf man nicht vergessen, er war ja fast schon, zu der Zeit war er eigentlich gescheitert bei Werder. Und man saß auf der Tribüne und erst durch den Trainerwechsel dann und ein paar Veränderungen. Von Felix Maga zu Thomas Schaaf. So ist er wieder zurückgekommen und hat dann die tolle Karriere gemacht. Und das ist ein ganzes Stück weit ist es eben wirklich der Verpflichtung von Julio César zuzuschreiben, dass das so gut funktioniert hat. Frank Baumann scheint sich auch bei Julio César dann als Abwehrspieler etwas abgeschaut zu haben. Natürlich, natürlich, klar. Das ist ja, wenn jemand diese Erfahrung weitergeben kann. Und das hat er gemacht, weil er war ganz klar auf dem Platz, war er so fokussiert und wollte erfolgreich sein und wusste auf dem Punkt genau, was kann ich leisten und was muss ich dafür tun. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass er, das war nämlich die Diskussion, kommt er rechtzeitig aus dem Urlaub zurück oder nicht und so. Und dann musste man bei ihm immer so gewisse Abstriche machen oder diplomatisch damit umgehen. Und er hat nur gesagt, und dann hat er eine kleine Verletzung gehabt, ich kuriere das hier jetzt bei mir zu Hause aus, aber wenn ich komme, dann bin ich sofort wieder einsatzfähig. Und das war dann auch so. Jemand, auf den man sich dann auch verlassen konnte. Nach außen hin ein bisschen schwieriger dann immer zu verkaufen und letztendlich hat die Leistung gestimmt. Ist eigentlich sowas wie bei Corona aktuell, ne? Musst du Abstriche machen, dann wird es zu Hause auskuriert und dann geht es nicht mal weiter. Ja, das wird spannend sein, wie viele Spieler jetzt, gut, man trainiert jetzt wieder in Gruppen, aber wie sie wieder zurückkommen und wie sie die Zeit dann eben auch für sich genutzt haben. Julio César wusste das, wie er, was er zu tun hat. Er kannte seinen Körper, eben um dann in einem recht hohen Alter, auch mit Verletzungen geplagt, eben dann eben trotzdem noch wettbewerbsfähig zu sein. Wie haben Sie sich damals gefühlt als Aufpasser von Ailton und Pizarro? Die haben in Bremen damals durchaus munter gelebt, haben die Stadt ein bisschen unsicher gemacht im positiven Sinne und auf dem Platz natürlich abgeliefert. Wie war das für Sie als Manager, als Aufpasser? Eigentlich entspannt. Entspannt, ja, weil ich bin nicht derjenige, der jetzt, der jeden Schritt jetzt wissen muss und der auch angerufen werden will und Informationen zusammenträgt. Das Entscheidende ist wirklich, dass man das, was ich gerade eben als besondere Fähigkeit bei Julio César rausgestrichen habe, dass die Spieler wissen, was wann gefordert ist. Das ist ein stressiger Beruf und das heißt nicht, dass man wie ein Mönch leben muss. Man muss alles für seine Fitness tun und man muss sein Potenzial ausschöpfen können. Das glaube ich, das haben die Vereine, das haben die Mannschaftskollegen, die haben das verdient. Dass man das und der Trainer das auch verdient und alle anderen, die Zuschauer sowieso, das muss gewährleistet sein. Aber alles andere gehört auch dazu. Das ist Fußballspiel. Man muss auch Freude daran haben. Also das darf jetzt nicht zu verbissen sein. Und die Jungs haben eine Menge Spaß gehabt. Das war in Bremen auch möglich, aber sie haben abgeliefert und sie waren die Helden der Bremer und das über lange Zeit. Und das zeigt eben auch, dass sie außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Rahilton zum Beispiel. Irgendjemand musste ihm mal gesagt haben, große Spieler kommen immer zu spät zur Saisoneröffnung. Das muss ihm mal irgendjemand erzählt haben. Und deswegen hat er das konsequent also auch durchgezogen. Der war, wenn das erste Training war, war nie da. Da konnten wir vorher anrufen und sagen, hast du den Flug gebucht, ist alles klar. Und es war immer alles klar, nur zum ersten Trainingssach war er da nicht da. Er wusste, dass er was falsch gemacht hat. Und von dem Tag, dann ist er manchmal zwei oder drei Tage zu spät gekommen, aber von dem Tag an hat er erstmal Feuer bekommen von Thomas Schaaf. Er musste richtig Gas geben, aber er hat das ohne zu murren gemacht. Und er war jemand, der wirklich auch von seiner Athletik her, von seinen Voraussetzungen, der konnte richtig laufen und eine Menge an hartem Training auch wegstecken. Das hat er ohne zu murren gemacht und dann war alles wieder gut. Das ist dann in Ordnung. Er war auch erfinderisch. Ich stand damals im Werder Trainingslager als junger Bildreporter auf Norderney und dann fuhr das Taxi vor mit Bremer Kennzeichen. Ailton stieg aus und ist die Strecke von Bremen nach Norderney inklusive Fähre. Inklusive Fähre. Inklusive Fähre. Ist ja mit dem Taxi gefahren. Ja, ja, ja. Damals für 400 Euro. Aber der Taxifahrer war auch gemein, dass er ihm das nicht gesagt hat, oder? Ja, es gibt so das Gerücht, dass Ailton auch nicht auf der Fähre allein sein wollte, sondern dass er gesagt hat, komm, du bleibst bei mir, ich will da nicht raus, da muss ich Autogramme schreiben, ich bleib hier schön bei dir an Bord. Das kann auch sein. Ist Frank Baumann jemand, der sie anruft mal, wenn er eine Frage hat, wenn er irgendwie eine Problemstellung hat bei Werder Bremen? Vielleicht einmal oder zweimal haben wir miteinander telefoniert, wir haben auch so natürlich zwischendurch miteinander gesprochen, aber dass es da vielleicht mal um Themen ging, vielleicht eine Frage auch nach dem Spieler, aber Frank ist jetzt nicht derjenige, der, glaube ich, da die ganze Welt abtelefoniert und sagt, ich muss da mir die Infos abholen. Er könnte aber auch ruhig anrufen, also das wäre nicht schlimm. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Finde ich auch. Total. Sie haben unglaublich viele Stars geholt, in der Vorbereitung bin ich die alle mal durchgegangen, wir waren jetzt schon bei Julio César, wir waren bei Claudio Pissarro, Jean Miku haben sie plötzlich aus dem Hut gezaubert, einen Franzosen, den in Deutschland, klar, Fußballfans kannten, weil er französischer Nationalspieler war und trotzdem war er irgendwie nicht im Fokus, sondern er war jemand, der in Parma unzufrieden war und ablösefrei zu haben war und sie haben ihn hergeholt. War das das französische Netzwerk, das sie hatten oder wo haben sie den ausgegraben? Die Verbindung zu Frankreich natürlich und die Tatsache, dass ich eben auch nach meiner Zeit als Spieler in Frankreich mich für den französischen Fußball natürlich stärker interessiert habe als vielleicht für den englischen Fußball oder sonst wer, das war schon ein Schwerpunkt. Und Johann war immer ein Spieler, den ich persönlich gut fand und der ganz hoch gehandelt wurde und immer auch als Nachfolger oder als Konkurrenz zu Sinde den Zidane gesehen wurde. Aber natürlich gegen so einen Weltklasse-Mann sich natürlich schwerlich durchsetzen konnte, aber das Talent, die Fähigkeiten, die waren da, das war klar und das war das Netzwerk, als mich dann plötzlich ein französischer Berater anrief und sagte, Johan Miku ist zu haben und das zu ganz guten Konditionen. Ja, habe ich erstmal ein Gänsehaut gekriegt. Das wäre perfekt, wenn wir das hinkriegen könnten. Wie eine Gänsehaut, wenn Sie das erzählen. Ja, und das wäre perfekt, wenn wir das hinkriegen könnten, weil es macht auch besonderen Spaß, wenn man mit Namen auftaucht, die eben nicht so bekannt sind. Das hat sich ja schon nochmal verändert. Heute weiß man fast alles über alle Ligen. So war Frankreich doch ein Stück weg und Italien, da war er bei Parma und hat ja gar nicht gespielt. Und dann, sage ich auch ganz ehrlich, hat es mir Spaß gemacht, ihn dann in Nizza zu treffen. Das war dann auch, bevor man, keine Ahnung, irgendwo nach Richtung Osten fliegen muss, dann fliegt man lieber nach Nizza und dann gesagt, das musst du machen und musst dieses Gespräch führen. Und Johan war am Anfang gar nicht begeistert von der Idee. Bremen und Deutschland, kann ich auch sagen, Johans Frau sagt dann, wie lange liegt denn Schnee in Bremen? Und nach dem Motto, das muss ja schon ganz weit im Norden sein. Meistens liegt in Bremen Schnee von morgens um sechs bis morgens um acht, wenn überhaupt. Ja, also das war für jemanden, der in Südfrankreich geboren ist, der zurzeit dann in Italien spielte, Deutschland und Bremen war, doch ein ganzes Stück weit weg. Da hat mir sicherlich geholfen, dass er mich kannte als Spieler bei Olympique Marseille oder Bordeaux, wo Johan eben auch gespielt hatte. Klar, dann kann man das einordnen. Und dann hatten wir wirklich ein tolles Gespräch und einfach auch das Gefühl, dass irgendwo ein Vertrauensverhältnis sich da aufgebaut hat. Und dann kam auch sehr schnell der Gegenbesuch bzw. Besuch in Bremen und da hat man sich alles angeschaut und dann haben wir das hinbekommen. Und ja, normalerweise kann man so einen Spieler nicht bekommen. Wie haben Sie es denn geschafft, so einen Spieler zu überzeugen? Das Gespräch hat er dann mit Thomas Schaaf gehabt. Ich glaube, dass wir uns da sehr gut ergänzt haben, das, was man so vermitteln wollte von der Stadt, von der Mannschaft, von den Plänen, dass er sich ganz gut ergänzt hat. Und das war, dass wir einfach den Spielern das Gefühl geben konnten. Und eben auch mit dem Hinweis immer, guck mal, der und der hat das vor dir gemacht und der ist den Weg gegangen. Das hat dann dazu geführt. Und man darf nicht vergessen, wir haben ja oft Spieler verpflichtet, die so ein bisschen in der Sackgasse waren oder die gescheitert ist zu viel. Aber die, also jetzt nicht, wo der Weg nicht ganz gerade war oder nicht ganz steil nach oben ging, sondern... Das wurde irgendwann so zu ihrer Spezialdisziplin, ne? Ja, weil das aber auch der einzige Weg war, die Spieler dann zu bekommen, weil sonst wäre es Bayern München gewesen. Sonst wäre es auch damals schon Borussia Dortmund gewesen oder wer auch immer. Deswegen mussten wir uns darauf ja nicht spezialisieren, aber man ist dann oft da gelandet, weil es war ja immer auf der einen Seite höchste Ansprüche, dass man sagt, man will einen guten Spieler haben, der eigentlich alles kann und es muss bezahlbar sein. So, und daran orientiert sich das sehr oft und da haben wir einigermaßen oft richtig gelegen, aber nicht, weil die Spieler dann so gut waren, weil man die richtigen Spieler dann bekommen hat, sondern weil die Spieler einfach dann in ein funktionierendes Team reingekommen sind. In eine Umgebung, Bremen, wo es einfach, glaube ich, Spaß gemacht hat, Fußball zu spielen und wo sie sich eben wieder neues Vertrauen gespürt haben und wo sie gebraucht wurden. Und das war oft bei den Klubs, bei denen sie vorher gescheitert waren, in Anführungszeichen, war das nicht der Fall. Und das war eigentlich auch das Geheimnis, dass sich eigentlich fast alle Spieler verbessert haben. Jetzt war Miku nicht der pflegeleichteste, ne? Nein. Der hat auch schon mal einem Mitspieler eine gezimmert. Ja. Fabian Ernst. Ja. Im Trainingslager. Ja, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Ja, weil das... Was haben Sie da gemacht? Ja, das ist ja... Was im Fußball nicht geht, ist, man muss Regeln haben. So, und Regeln muss man, wenn man die Regeln nicht weitestgehend beachtet, dann kann das nicht funktionieren. Aber die Besonderheit ist eben auch, dass man Regeln auch manchmal so ein bisschen dehnen muss. Das ist so, und das ist ja nicht nur bei den Verantwortlichen so, sondern das gilt auch für die Mannschaft, für die Gruppe. So eine Aktion von einem Spieler, der keinen Wert für die Mannschaft gehabt hätte zu der Zeit, wäre nicht akzeptiert worden. Aber die Mannschaft wusste auf der einen Seite ganz genau, der ist so wichtig für uns, der ist so gut. Und sie kannten ihn auch. Sie wussten, dass er jeden Moment austicken kann, dass er so impulsiv ist. Ich weiß, am Ende wissen wir nicht, warum es gegangen ist. Aber auf der anderen Seite, sich total für die Mannschaft einsetzt. Und das war jemand, der in jedem Training war der unangenehm oder eklig. Nicht nur für die Mitspieler, auch für den Trainer, für Thomas Scharfmannsherr, das war nicht einfach. Aber warum? Weil er gewinnen wollte. Und deswegen hat die Mannschaft gesagt, und auch Fabian Ernst, der damals, der hätte ja sagen können, also entweder der muss weg oder ich gehe weg, sondern das ist dann hinterher wirklich wieder ein Zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass das hinterher auch total ausgeräumt war, gegeben hat, weil man sich doch besser kannte. Man konnte das richtig einschätzen, aber natürlich sind das immer ganz schwierige Situationen. Und da ist immer, wenn ich den einen so behandle, was mache ich dann mit dem anderen und so. Aber wie gesagt, das ist eine Erkenntnis, zu der man kommen muss, dass alle gleich sind, aber einige gleicher. Wir reden über eine Kopfnuss von Johann Miku gegen Fabian Ernst im Trainingslager im Januar 2005 in Belek in der Türkei. Wenn Sie jetzt sagen, einige sind gleich, manche sind gleicher, gab es diese Sonderbehandlung dann für Spieler in Wolfsburg später auch nochmal? Also Julian Draxler, der dann irgendwann in Wolfsburg gesagt hat, ich will weg, haben sie bei so einem dann auch gesagt, Mensch, wenn das jetzt ein anderer gewesen wäre, dann ist das doof. Nur der darf es jetzt machen, weil der ist gar nicht mal so unwichtig für uns. Und ist es nicht auch gefährlich dann am Ende? Ich habe das jetzt auf den rein sportlichen Bereich, habe ich das jetzt konzentriert und das Zusammenleben der Mannschaft und das sich gegenseitig respektieren und sich gegenseitig auch zu fordern. Das war absolut intakt in der Geschichte bei Johann. Was ich außer Acht gelassen habe, ist natürlich die Problematik, die man als Verantwortlicher hat, was den wirtschaftlichen Aspekt angeht. Dass man als so ein Spieler, den man unter Vertrag hat, der sich so verhält, dass man eigentlich, jeder hätte Verständnis dafür, dass man den feuert. Aber das kann man nicht, weil das ist immer dann ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das war dann bei Draxler so eher der? Das war völlig eine andere Geschichte, dass wir, wenn wir da, jetzt machen wir einen großen Sprung eben in Richtung Wolfsburg, wo wir eine tolle Mannschaft zusammen hatten mit Spielern wie Kevin De Bruyne oder Ivan Peresic, um zwei als Beispiel zu nennen. Die einfach auch aus schwierigen Situationen kamen, das ist die Parallele. Ivan im Dortmund nicht glücklich, Kevin De Bruyne bei Chelsea nicht glücklich, die dann dieses Abenteuer Wolfsburg einfach akzeptiert haben. Die haben gesagt, das machen wir, wir haben einen Plan, wir haben eine sportliche Idee und die Voraussetzungen sind gut, wir werden auch gut bezahlt. Und dass das drumherum nicht so ideal ist, ja, das ist so, aber ich bin hier, ich will Erfolg haben und das machen wir so. Und das hat die Mannschaft richtig nach vorne getrieben und es war eine gute Zeit eben bis Pokalsieg 15. Da komme ich später nochmal zu. Nur um das zu sagen, wenn wir gleich noch dazu kommen, um das zu machen, muss einfach diese Bereitschaft, ich weiß, dass Wolfsburg, und da wird man mir in Wolfsburg auch nicht böse sein, dass es in Wolfsburg anders ist. Anders als in Fußball, da wo Fußball eben noch mehr Tradition hat und wo noch mehr Druck ist eben von den Zuschauern und, und, und. Und es ist was anderes. Da muss man eben auch die richtigen Spieler haben von der Qualität her und das, wenn wir jetzt bei Julian Draxler sind, für mich das größte Talent in Deutschland zu der Zeit und für uns ein Glücksfall eben das zu bekommen. Aber ich glaube, dass er, dass er einfach nicht diese Konsequenz in seinem Denken hatte, eben das jetzt ein, zwei, ein Jahr vielleicht, aber nicht zwei Jahre eben durchzuziehen und zu sagen so und wir machen das jetzt hier und da war sehr früh eben der Wille eben da wegzugehen. Verschenkt er da was? Er ist anschließend zu Paris Saint-Germain gegangen, also das ist ja nun auch nicht so schlecht. Ich habe das ja eben gesagt, 2016 war eine schwierige Zeit und, und sicherlich auch, da nehme ich mich also überhaupt nicht aus, sondern ich bin dafür verantwortlich, sind viele Dinge, würde ich heute in der Nachbetrachtung sicherlich etwas anders machen. Zu der Zeit haben wir, haben wir es leider nicht hinbekommen, eben diese Gemeinschaft eben hinzubekommen, eben um, um erfolgreich zu sein und, und, und das hätte jedem Spieler auch geholfen. Und nicht alle, die eben damals auf dem richtigen Weg waren eigentlich, haben sich so weiterentwickelt, wie sie es eigentlich hätten können, nicht müssen, aber das wäre möglich gewesen. Als Schlussfolgerung, um das vielleicht vorwegzunehmen, heute würde ich nicht mehr so sehr darauf pochen, dass man das, was man eigentlich vorhat, was man zwei Jahre zusammenarbeitet und so weiter, dass man das unbedingt durchziehen muss. Sondern, wenn eben so nicht die absolute Bereitschaft da ist, das so zu machen, wie man das mal vorhatte und, und dass sich das einfach nicht so entwickelt hat, dann muss man einfach getrennte Wege gehen. Und, und das würde ich als Erkenntnis aus dieser Zeit mitnehmen, weil alle müssen das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein. Jetzt haben wir gerade einen großen Sprung gemacht von Miku und seiner Werder-Zeit zu Draxer, springen wir noch einmal wieder zurück, weil ich kann an dieser Stelle ja gestehen, Miku hat mich als jungen Bildjournalist mal in der Tat geohrfeigt. Sie können sich daran erinnern. Viele Hörer werden jetzt fassungslos da sitzen, den Phrasen mal hören und sich denken, was ist das denn für einer? Was war da in Bremen los? Was war da los, ja. Wie haben Sie die Geschichte damals erlebt? Also, Johann Miku kam aus der Kabine, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit, so wie das halt mal durchaus passieren kann, und dann schlug er zu. Es ist Wahnsinn, weil, ich weiß noch, Thomas Schaaf und ich, meine Gitte, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das kriegen wir nicht mehr gerettet oder wie auch immer. Und das Schlimme ist ja, ich sage so, das Gute war ja, das, was ich eben schon gesagt habe über Johann, dass man eigentlich wusste, dass das ja kein Verrückter war. Dass man meistens konnte man mit ihm wirklich ganz vernünftig reden und das waren vernünftige Gespräche und das war ja keiner, der jetzt gewalttätig war oder oder der. Aber man wusste eben auch, es kann, manchmal ist es eine Kleinigkeit, insbesondere wenn es an die Ehre geht. Das war, das war immer, wenn er seinen Stolz verletzt wurde, dann wurde es gefährlich. Und deswegen, glaube ich. Der hat mir schön heilige Zimmer, das tut mir heute noch weh. Ja, das kann sein. Ich könnte jetzt zu Ihrem Zahnarzt gehen und der würde sagen, oh, 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 Kiefer gebrochen. Wir mussten das irgendwie heilen und ich weiß noch die Gespräche, wo ich als Vermittler in der Mitte gesessen habe und wir versucht haben von Johann eine Entschuldigung, eine glaubhafte Entschuldigung zu bekommen. Und da, das ist jetzt kein Anbietern, aber da bin ich froh, dass sie damals irgendwo eingelenkt haben und gesagt haben, ja, das reicht mir als Entschuldigung. Und ich habe mir gedacht, na gut. Gut, weil Johann, der war auch noch so stur, dass er dann im Nachhinein also nicht dazu hat hinreißen lassen, zu sagen, das war falsch von mir, ohne irgendwelche Einschränkungen, das war falsch, Entschuldigung, Entschuldigung, das kommt nie wieder vor. Dazu hat er sich nicht... Was hat er gesagt genau damals? Wissen Sie es noch? Also ich muss dazu sagen, wir saßen bei Werder in der Geschäftsstelle, Sie, Johann Miku und ich. Es gab eine von Ihnen initiierte Aussprache, in der er da sagen durfte, was er erlebt hat, in der ich sagen durfte, was ich erlebt habe und ich habe an der Stelle total bereut, dass ich damals im Französischunterricht nie aufgepasst habe, nie. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, er erzählt Ihnen irgendwas. Das sind aber, waren auch oft Dinge, die man nicht im Französischunterricht lernt. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Und Sie haben es so freundlich übersetzt, dass ich gedacht habe so, ach, wissen Sie was, Herr Alofs, ich verzeihe dem Johann. Okay, hätten wir das geklärt, also er hat sich eigentlich nie entschuldigt. Also er hat schon durchklingen lassen, dass er das eigentlich nicht hätte machen dürfen und dazu hätte er sich nicht hinreißen lassen dürfen. Aber immer kam dann auch so im Komma, aber ganz unschuldig ist er auch nicht. Aber ganz unschuldig ist er. So war das. Herrlich, hätten wir das geklärt. Sie haben dann nach Miku noch Spieler geholt wie Klose, Diego, Özil, da waren so viele Granaten dabei. Sprechen wir einmal über Miro Klose, den haben sie damals geholt für 5 Millionen Euro aus Kaiserslautern und wurden heftig dafür kritisiert bei Werder. Einen Spieler für 5 Millionen zu holen. Ja gut, 5 Millionen war damals noch ein bisschen was anderes. Für Werder, für Werder war es was anderes. Das waren, also eigentlich war das abgelehnt. Von Werder Seite? Ja, also. Werder intern. In der Aufsichtsratssitzung eben, das waren ja Dinge, die außerhalb des Etats waren und dafür hätte man dann eben auch das Okay vom Aufsichtsrat haben müssen. Das war ja eine normale Vorgehensweise, dann immer vorzustellen, was man vorhat und was das dann auch kostet und dann gab es ein Worst-Case-Szenario und so weiter. Und eigentlich war Miro abgelehnt, also in der Größenordnung was zu machen. Wir haben dann versucht, über Sponsoren, da hat es das ein oder andere Gespräch gegeben, die aber dann gesagt haben, das war verrückt, ja, ja, wir machen was, aber wer das für Klose ist, nicht. Miro war damals bei Kaiserslautern, das darf man nicht vergessen, das ist im Nachhinein jetzt, sagen wir, das kann nicht stimmen. Aber damals war es wirklich so, dass wir gesagt haben, nee, für Klose wollen wir das nicht machen, wir haben was anderes, aber das schon. Und Thomas Schaaf und wir waren sowieso von ihm begeistert und überzeugt und dann kam noch dazu, dass wir dann ein Heimspiel gegen Lautern hatten und dann, da hat Miro im Grunde rechter Verteidiger gespielt. Wir waren so überlegen und der musste so nach hinten arbeiten und das hat er auch noch gemacht. Zu all dem, was wir von ihm, was wir gut fanden, kam dann noch dazu, dass er nach hinten gearbeitet hat. Und das hat, wir müssen den haben, wir müssen den haben. Dann war es wirklich glücklich, dass wir international eine Runde weiterkamen und dadurch natürlich mehr Geld verdient haben, dass wir im Pokal eine Runde weiterkamen. So und das waren zwei, in die Zeit fielen dann jeweils zwei Runden und das hat dann die Situation verändert und dann gab es grünes Licht eben für den Transfer. Wie haben Sie Klose überzeugt oder mussten Sie den gar nicht überzeugen, weil der ohnehin zu Werder wollte? Er wollte zu Werder, er fand das gut und hat auch für sich erkannt, dass das nach Lautern, dass Werder der richtige Schritt ist. Dass jetzt nicht der Riesenschritt direkt zu einem ganz großen Klub eben ansteht, sondern erstmal vielleicht diese Zwischenstation oder der etwas kleinere Schritt eben, beschauliche Bremen und Werder-Familie und so weiter, das passte und von daher war das nicht so schwierig. Jetzt wird Miro Klose Co-Trainer bei den Bayern. Was wird das für eine Trainerkarriere? Das riecht so ein bisschen nach so einer Thomas Schaaf-Karriere, oder? Oder ist er ein ganz anderer Typ? Sie kennen ihn besser? Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt so, das ist der Spieler und das wird der Trainer, sondern das ist oft ganz anders. Bei ganz vielen hätte man als Spieler nie gesagt, der wird Trainer. Gibt auch andere Fälle, aber ich glaube, dass einfach eine unheimliche Entwicklung dazwischen liegt, zwischen dem Spieler zu sein, bei mir kommt noch dazu, Spieler in Lautern zu sein, Spieler in Bremen zu sein, Spieler bei Bayern München zu sein und dann so lange in Italien zu spielen zum Beispiel. Ich glaube, dass er von seiner Persönlichkeit, dass er viele Dinge, natürlich, dass sie sich nicht verändern, aber dass er unheimlich dazugelernt hat. Und deswegen kann man ihn jetzt gar nicht mehr mit dem Spieler Miro Klose vergleichen. Aber wovon ich absolut überzeugt bin, ist, dass er einfach diese totale Begeisterung für dieses Spiel hat. Und dass er die totale Begeisterung hat, sein Wissen eben auch weiter zu vermitteln und Dingen zu arbeiten, Dinge besser zu machen. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er eben auch eine erfolgreiche Trainerkarriere hinlegen wird. Was glauben Sie, was ist er für ein Typ dann als Trainer? Welchen Weg wird er so einschlagen? Das kann ich gar nicht sagen, weil das ist immer die Frage, was erkennt man für sich? Wie kann man vermitteln? Wie muss ich mich selber auch einbringen? Miro selbst ist sehr bescheiden, der sich gar nicht in den Vordergrund spielt und der jetzt niemand ist für große Sprüche. Und wenn ich davon ausgehe, wie er bei uns war oder wie er auch als Spieler war, eben auch bei aller Bescheidenheit, aber auch trotzdem ein Selbstbewusstsein, was er kann, dann wird er jemand sein, der eben auf die Spiele eingehen wird, der zuhören kann und der in der Lage ist, den Spielern ein gutes Gefühl zu geben. Eben dieses Vertrauen und aus diesem Vertrauen heraus, dass er eben auch alles herausholen kann aus ihm. Also, dass ich gebe dir was und du gibst mir jetzt wieder was zurück und das, glaube ich, ist ein Ansatz, der bei Miro, glaube ich, zu erkennen ist. Das würde ich vermuten, aber es kann auch anders sein. Wie schwer ist es Ihnen gefallen, sowohl in Bremen als dann auch in Wolfsburg, wenn Sie Spieler geholt haben, dass Sie diese Spieler dann irgendwann wieder abgeben müssen, weil halt der größere Klub oftmals die Bayern dann um die Ecke kommt und sagt, so, danke, ihr habt den ausgebildet, jetzt gehört er uns, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Am Ende ist es eine Enttäuschung, das muss man auch zugeben, wenn dann ein Spieler sagt, was ja eigentlich zu verstehen ist. Wenn jemand sagt, so, jetzt kommt Bayern und so, dann ist das ja klar, wenn man sich dann in den Spieler hineinversetzt, dann sagt man, ja klar, hättest du genauso gemacht. Trotzdem ist es eine Enttäuschung, ist auch eine Enttäuschung für die Fans. Und neben der Enttäuschung kommt ja dann noch dazu, dass man weiß, kannst du die Qualität ersetzen, kannst du die Persönlichkeit ersetzen. So, das heißt, es muss wieder ganz neu zusammengesetzt werden. Manchmal ist es ein Spieler, der das ganze Gleichgewicht über den Haufen wirft. Wenn der nicht mehr da ist, dann hat man ganz andere Automatismen oder funktioniert die Gemeinschaft ganz anders. Und das ist immer die Frage. Und trotzdem, am Ende muss man ja wissen, Werder zu dem Zeitpunkt, dass man nicht ganz oben steht in der Rangfolge und dass es da drüber Klubs gibt, das muss man nachvollziehen können, die ein Spieler anstrebt. Und da muss man einfach stolz sein, wir haben die jetzt dahin gebracht, wir haben die auf die nächste Stufe gehievt und jetzt sind die in der Lage, dort zu spielen. Nochmal Enttäuschung, trotzdem auch ganz viel Stolz, dass man mit diesen Spielern so ein Stück des Weges gehen konnte. Und wenn das dann noch vernünftig bezahlt wird, dann ist das in Ordnung. Und wenn man dann, und das ist eigentlich der Abschluss, wenn man dann noch jemanden findet, der den dann auch ablöst und vielleicht genauso gut ist, dann ist das einfach der normale Kreislauf, in dem man sich befindet. Nur das ist ja leider nicht immer der Fall. Welcher Verkauf war dann die größte Enttäuschung, die größte Niederlage für Sie? Wir haben ja eine tolle Geschichte, was unsere Mittelfeldspiele angeht. Johann Miku, danach Diego, danach Mesut Özil. Kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Und das ist, die Zeit mit Mesut war mir eigentlich ein bisschen kurz. Das hätte durchaus nochmal ein Jahr länger sein können. Aber es waren eben, die Umstände waren so, dass wir das auch bei seiner Verpflichtung, haben wir das nicht hinbekommen. Eigentlich schon die Tatsache, dass er zu uns gekommen ist, war schon gut. Aber wir hätten ihn gerne länger gebunden. Das haben wir aber nicht hinbekommen. Und dass er dann eben zu Real gegangen ist. Sie haben ihn von Schalke geholt und dann mit rund 15 Millionen Gewinn an Real verkauft. Was war ausschlaggebend dafür, dass er nicht bleiben wollte? Hat der Spieler sich quergestellt und gesagt, ich bleibe nicht so lange bei euch, wie ihr euch das vorstellt? Er hat noch ein Jahr Vertrag gehabt. Und das hätte am Ende bedeutet, er wäre ablösefrei gegangen. Und wir waren nicht in der Lage, das gebe ich zu, wir konnten keine Vertragsverlängerung hinbekommen. Aber wir hatten auch, das muss ich auch sagen, damals eine Absprache, mündlich, mit seinem Berater, der gesagt hat, der geht nicht ablösefrei. Das kann bedeuten, wir verlängern noch ein Jahr. Oder das kann sagen, jetzt muss er ein Jahr vorher gehen. Und das war eine Sache. Also wir waren mehr oder weniger auf der sicheren Seite, dass es keine Einigung gibt und dass er dann noch ein Jahr spielt und ablösefrei geht. Also da war er eben in der Pflicht. Dann war es eben so, dass dann eben die Möglichkeit für ihn bestand, eben zu Real Madrid zu gehen. Und ja, dann glaube ich, dann war Mesut selbst auch natürlich von dieser Idee fasziniert, was man ja auch im Nachhinein verstehen kann. Für uns war es damals, wäre Mesut, ich sag jetzt mal, frei handelbar gewesen. Oder hätte sich ein großer deutscher Klub seine Bemühungen intensiviert, dann wäre für uns natürlich noch eine andere Ablösesumme drin gewesen, ja. Der große deutsche Klub hätten dann die Bayern sein können, oder? Die waren dran, an Özil? Diese Möglichkeit hätte damals bestanden, ja, sicher. Und worin ist es gescheitert? Gut, das ist dann... Zwischen den Bayern und... Vielleicht war es so, dass man da auf der Ebene nicht klargekommen ist, dass eben da Mesut vielleicht schon im Wort stand bei Real Madrid oder vielleicht waren die Bemühungen auch nicht so intensiv. Haben Sie denn mit den Bayern aktiv schon verhandelt? Nein, nein, das hatten wir noch nicht, nein. Was waren so die skurrilsten Forderungen, die Sie erlebt haben, der Stars und Ihrer Berater? Eigentlich keine verrückten Dinge. Ich muss in einem Schloss wohnen oder sonst irgendwas oder ich muss 20 Freiflüge nach Hause haben oder sonst irgendwas oder ich muss weniger trainieren oder ich brauche eine Stammplatzgarantie. Nee, das hatten wir eigentlich selten. Was natürlich immer wieder und das auch schon zu der Zeit natürlich war, dass man alle Möglichkeiten natürlich seinem Klienten oder selbst offen haben wollte. Und das siehst du eben Ausstiegsklauseln oder die Möglichkeit eben zu bestimmen, wann man eben dann den Verein wechselt. Und das ist immer ein ewiger Kampf. Auf der einen Seite natürlich das Bestreben, den Spieler zu bekommen, wo man eben auch Kompromissbereitschaft manchmal zeigen muss, weil in den Punkten dann stur zu sein und seine Vorstellungen eben komplett durchzusetzen, die natürlich für den Klub immer ideal wären, kann dann eben auch oft dazu führen, dass man Spieler verliert. Das ist so. Und dann geht es eigentlich auch darum, wie sehr will man einen Spieler, wie sehr, es war nie eine Entscheidung von mir oder von der Geschäftsführung, dass wir einen Spieler verpflichten, sondern Thomas Schaaf war immer eingeweiht und wir haben immer über die einzelnen Spieler gesprochen. Und im Fall Miro Klose war zum Beispiel so, dass wir den unbedingt, unbedingt, unbedingt wollten und manchmal war es eben so, der eine war nicht so, ja schon, aber nicht zu jedem Preis und wenn er das nicht will, nee, dann machen wir das nicht. So und bei anderen war es dann eben stärker und das hat das immer beeinflusst, inwieweit man dann eben auch kompromissbereit ist. Auf welchen Transfer sind Sie jetzt aus heutiger Sicht besonders stolz? Was ist so Ihr Transfer, wo Sie sagen, den rahme ich mir ein? Es sind ja viele, also das wäre Per Mertesacker zum Beispiel, war ja auch noch nicht so erkannt, dass man sagt, den wollt ihr jetzt alle haben, aber das ist so ein wichtiger Spieler für uns und was für eine tolle Karriere der hingelegt hat. Ein Transfer, Ümit Davala, wird nicht so häufig genannt. Damals in der Double-Mannschaft, einer der Leistungsregeln. Wir sitzen bei der Vorstellung von Ümit Davala und dann wird er nach seinen Zielen gefragt und dann sagt er, ich will deutscher Meister werden. Thomas ist erst mal blass geworden, ich bin glaube ich auch blass geworden und sagt, ja, wir haben eine gute Mannschaft, ja und wir werden deutscher Meister. Er hat nicht gesagt, wir werden deutscher Meister, wir können auch deutscher Meister werden. Das war ja eigentlich, war das verrückt. Das stand so immer so ein bisschen im Raum. Immer war das so und dann glaubt man daran und dann kommen viele Dinge zusammen und das zeigt manchmal, es ist ja nicht damit getan zu sagen, ich will deutscher Meister werden. Also das wäre ja zu einfach. Aber kommt das zusammen, kommt eine Mannschaft, die eben diese Typen hat, die das Höchste anstreben, die die Qualität natürlich haben und plötzlich glauben alle daran und dann ist sowas möglich. Das geht nicht, wenn eins davon fehlt und da muss man auch noch Glück dabei haben. Aber das war erstaunlich und das war bei Ümit, war allen bekannt eben durch seinen Irokesenschnitt damals und so, war so ein bisschen wilder Typ. Auch außerhalb des Platzes, aber auf dem Platz war er einfach knallhart und hat sein Ding durchgezogen und hat uns schon sehr geholfen. Ein Transfer, der auch Valerian Ismail zum Beispiel, ein Spieler, den wir aus Straßburg erstmal ausgeliehen hatten mit einer Kaufoption, den wir innerhalb der ersten Monate, haben wir dem glaube ich zweimal den Vertrag aufgebessert bzw. verlängert. Wir haben ja erstmal gesagt, wir ziehen die Kaufoption, die ganz vernünftig aus Werder Sicht war und haben dann aber, weil er sich so entwickelt hat und so eine Bedeutung für die Mannschaft bekommen hat, haben wir dann in kurzer Zeit zweimal den Vertrag angehoben und haben seiner Bedeutung für die Mannschaft entsprechend eben dann eben auch entlohnt. Und kurze Zeit später ist er dann den Weg zu Bayern gegangen. Die Bayern schon wieder? Das war der normale Weg und das war auch, ich sag's nochmal, irgendwo ist das auch eine Auszeichnung, dass der Weg dann von Werder in die Richtung ging. Also wenn man die Kräfte-Verhältnisse, wenn man die ganz nüchtern betrachtet hat, dann war das der normale Weg, auch für die Spieler. Wer hat denn angerufen von den Bayern in solchen Fällen? Uli damals noch oder Kalle? In dem Fall war es ja so, dass Valerien kam und sagte, der so rumdruckste und sagte, ich hab ein Angebot, was soll ich machen? Halt, du bleibst bei uns. So, ja, aber. Und dann war er auch ganz offen, ich kann das und das verdienen und kann ich das hier verdienen? Nein, natürlich nicht. So, und dann hat man dann Kontakt aufgenommen. Dann war eben die Frage, wie reagiert man darauf und es gibt Momente, wo man nicht in der Lage ist, dann zu sagen, ja gut, dann gehst du eben, weil es für dich besser ist. Dann muss man sagen, nee, die Mannschaft kann das jetzt nicht verkraften und wenn wir dich jetzt gehen lassen, dann bricht hier eine Menge zusammen, dann gefährden wir alles. Und manchmal gibt es Momente, wo man muss sagen, ja, jetzt können wir nicht mehr halten, jetzt, ja, in Ordnung. Wenn jetzt die Bayern in dem Falle dann noch kommen und ein vernünftiges Angebot machen, dann werden wir darüber nachdenken und werden verhandeln. Und das war dann am Ende, war es ein vernünftiges Angebot und dann haben wir es gemacht. Wie läuft das denn konkret ab? Er sagt dann irgendwann, okay, dieses Angebot ist so und so gut und es kommt von den Bayern. Nein, das war ja sein Part, das war ja sein Gehalt so und dann war es so, dann wird sich jemand von Bayern melden. So, ich weiß jetzt nicht, wer es in dem Falle war, ob das Kalle war oder ob das Löhne war. Und dann denken Sie sich, super, die schon wieder. Ja, klar, in dem Moment sicherlich, aber auf der anderen Seite war es ja immer so, wenn Spieler sich außergewöhnlich entwickelt haben, dann war es ja irgendwann, war es ja zwangsläufig der Marktführer, der eben kam. Und zu der Zeit waren es eben seltener ausländische Klubs, sondern da war es in erster Linie, war es dann eben Bayern München, das ist klar. Sie sprechen sehr leidenschaftlich über Wir, wenn Sie über Werder sprechen. Jetzt kommen wir zu Ihrem zweiten Wir, wenn man es so sagen darf, aus Manager-Sicht Wolfsburg. André Schürle, jemand, den Sie sowohl gekauft haben als auch verkauft haben, hat die erste Frage an Sie. Hallo Herr Alofs, hier André Schürle. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben viel Spaß beim Phrasenmehr mit Kai. Und ich hätte mal eine Frage. Haben Sie schon immer gewusst, dass Sie nach Ihrer aktiven Karriere immer noch im Fußball bleiben wollen? Oder gab es auch andere Optionen? Liebe Grüße aus Berlin. Schön, von André was zu hören. Hat leider nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben, aber jemand, wo wir viel Fantasie hatten. Und ich habe wirklich gedacht, das rundet alles nochmal ab, aber dann hat das insgesamt nicht so richtig funktioniert. Trotzdem lege ich große Sympathien für ihn. Also das ist nicht jemand, wo ich sage, also Fragen dran machen. Gehört auch zu den Phrasenmehr Allstars, hat sich hier schon toll präsentiert, nachzuhören in jeder Podcast-App. André Schürle hat sehr offen gesprochen über das Gefühl zu scheitern, über Versagensängste. Ja, das ist es ja. Bevor ich die Frage beantworte, ist das vielleicht ein ganz guter Moment. Dieser Druck, der auf den Spielern lastet, ich glaube, dass das nicht immer allen bewusst ist. Und da ist es ganz klar, da gibt es Menschen, die mit Druck gut auskommen und die das auch nicht zeigen. Der Druck ist schon immens. Das ist nicht nur, wir spielen da ein bisschen Fußball und dann laufen wir auf den Platz und dann nicht wieder geht es oder es geht nicht, sondern es wird eine Menge erwartet und also die Drucksituation immer wieder zu erleben und zu leben, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, wenn André das in der Reihe dann auch erwähnt hat, kann ich das, glaube ich, auch. André hat sich immer sehr viele Gedanken gemacht. Manchmal vielleicht sogar zu viele Gedanken, dass man alle Eventualitäten durchspielt. Und am Ende ist es eben die Spontanität und Unbekümmertheit und Unbeschwertheit, die dann oft auch eben eine Stärke ausmacht. Und das kann dann manchmal verloren gehen. Also das ist schon immer ein großes Thema, eben diese, ja, wie soll ich sagen, man kann niemandem Lampenfieber sagen. Schauspieler sagen das ja auch, wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann kann ich nicht mehr auftreten, dann fehlt mir was. Aber das unter Kontrolle zu kriegen und dass sowas dann schnell endet und dass man dann eben sein ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Ich glaube, das ist sowieso so ein Vorgang, entweder hat man das von Anfang an und ist so unbekümmert oder man lernt das einfach oder man lernt damit umzugehen. Gerade in den ersten Spielen in der Nationalmannschaft, ich war eigentlich vorher schon fix und fertig. So die Nacht vorher oder die Stunden bis zum Spiel, da hat man so viel Energie gelassen, dass man… Weil sie so viel nachgedacht haben, oder? Ja, man war nervös, aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt sich verrückt machen oder zu viele Gedanken machen oder, oder, oder. Es hat unterschiedlichste Gründe. So, aber man, dass man einfach zu viel Energie vorher gelassen hat. Und dann erst wenn das nachlässt, dann ist man in der Lage, dann kann man immer noch gut spielen. Aber sein ganzes, sein ganzes Potenzial abrufen, das kann man nur, wenn man das alles unter Weites gehen, unter Kontrolle hat. Trotzdem eine Aufgeregtheit, eine Nervosität und so weiter, das muss da sein. Aber dann auch abschalten und ruhig bleiben und klar sehen und so weiter. Wenn das im Einklang ist, dann kann man ganz andere Leistungen bringen. Zu anderes Frage, als ich meine Karriere beendet habe, meine aktive Karriere, habe ich gesagt, endlich. So ähnlich, wie ich das jetzt in 2016 vielleicht hatte, jetzt ist es genug. Ich hatte ein großes Problem in meinem Knie. Das war, da habe ich mich wirklich zwei, drei Jahre richtig mit rumgequält. Und von daher war es auch irgendwo, war es eine logische Konsequenz. Letztes Spiel war die Erhungene Meisterschaft mit Werder. 1993. Also das war ein toller, drei Jahre Werder, im ersten Jahr Pokalsieger, im zweiten Jahr Europapokalsieger, im dritten Jahr Meister. So, dann sagt man immer, ist das der richtige Moment? Bei mir war es der richtige Moment. Also das, weil es auch nicht mehr ging. Und ich war auch erleichtert und habe gesagt, so und jetzt erst mal nichts im Fußball. Wirklich mal was anderes machen, so. Und ich habe dann ein paar andere Dinge gemacht. Habe noch sehr viel Fußball gespielt in Traditionsmannschaften. Habe fast mehr gespielt als in meinem letzten Jahr bei Werder. Das war immer noch toll. Von daher war die Verbindung zum Fußball sowieso immer da. Habe aber dann beruflich ein bisschen was anderes gemacht. Habe eine Pferdesportzeitung, haben wir gegründet, haben das gemacht. Und so hat viel Spaß gemacht. Da kommen wir in Teil zwei, das war es mir erst noch zu, ihre große Leidenschaft der Pferdesport. Haben wir gemacht. So, und dann habe ich aber auch gemerkt, Fußball, das ist es eigentlich. Das war, ich brauchte auch diesen Entzug, um das eigentlich wieder richtig schätzen zu lernen. Wenn man es immer gemacht hat, immer trainiert, immer das Spiel und so, das wurde Routine. Aber dann habe ich wirklich so, ich weiß gar nicht, ob das ein Jahr gedauert hat oder anderthalb Jahre. Das fehlt. So, und dann war es so, dass ich für, habe ich eben schon kurz erwähnt, dann habe ich für das ZDF damals gearbeitet. Das hat viel Spaß gemacht. Und parallel habe ich dann auch meine Trainerscheine gemacht. Das war der A-Schein und dann den Fußballlehrer. So, und dann kam eben die Möglichkeit, bei Fortuna damals einzusteigen. Aber unmittelbar, nachdem ich aufgeht habe, konnte ich mir nicht vorstellen, irgendwann mal Trainer zu sein oder Manager in einem Klub. Jetzt haben Sie André Schöle sowohl von Chelsea nach Wolfsburg geholt, als auch dann von Wolfsburg nach Dortmund weiterverkauft. Damals war ein Berater namens Giacomo Petralito dabei. Der hat Sie dann so ein bisschen, sagen wir mal, Ihren guten Ruf gekostet in Wolfsburg, weil plötzlich selbst die Volkswagen AG ermittelt hat, weil man vermutet hatte, dass Herr Petralito sich da ein bisschen bereichert hat und Sie eventuell auch. Wie sind Sie damit umgegangen damals? Das war sehr schwierig, weil in der Zeit sind sehr viele Dinge verbreitet worden, die unfair waren, um das mal so zu sagen. Sowohl was meine Person angeht und ich glaube auch die von Giacomo Petralito, der kein Engel ist, das muss man sagen, der sein Geschäft macht, auch mit harten Bandagen, aber der am Ende aber auch oft eben hilfreich war, um gute Geschäfte, für sich natürlich auch, das ist klar. Aber das ist auch heute noch so, dass die Berater, wenn sie dann über gute Kontakte verfügen oder gute Arbeit leisten, dass sie eben auch ihren Teil verdienen, aber auch eben gute Ergebnisse für den jeweiligen Verein dann erzielt haben. Das war für Werder so damals, als ich gewechselt bin von Werder zu Wolfsburg, war das auch nicht zum Schaden von Werder. Was haben die gekostet als Ablöse? Ich weiß keine genauen Zahlen, aber dass ein paar Dinge eben damit verbunden waren, zum Beispiel die Verlängerung des Volkswagen-Kontraktes, des Werbevertrags und, 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 es hingen also ein paar Dinge schon dran, also die für Werder sehr vorteilhaft waren, also das war alles in Ordnung. Und auch im Falle André Schürrle war es so, dass wir damals sehr viel Geld von Chelsea überwiesen haben, aber dass wir nach keiner guten Saison, sowohl von Wolfsburg, aber auch von André, dass wir nahezu den gleichen Betrag dann wiederbekommen haben, dass es wirtschaftlich war, das war das absolut in Ordnung. Da hat sich, das kann ich wirklich mit Fug und Recht, kann ich das sagen, Giacomo Petralito, hat vielleicht sein Geld verdient, was er als Vermittler dann zu verdienen hat, wobei das von unserer, von Wolfsburger Seite überhaupt nicht der Fall war, sondern wenn, dann war es auf der anderen Seite, was auch dann noch normal ist. Und für meine Person gilt das genauso, dass ich dort absolut nicht involviert war. Aber es passte in eine Zeit, wo Wolfsburg so ein bisschen VfL und das Ganze drumherum so ein bisschen unser Konzept aus dem Ruder gelaufen ist. Unser Konzept war, und mit dem Gedanken bin ich auch zum VfL gegangen, das war damals mit Herrn Garcia, der ein toller Chef war und der echte Visionen hatte und auch mit Martin Winterkorn, war es so, dass wir gesagt haben, das ist unser Ziel, wir wollen unter die Top-Mannschaften in Deutschland. Das war damals, als ich hingekommen bin, war Wolfsburg auf dem 15. oder 14. Tabellenplatz. Wir wollen da oben hin, wir wollen also zu den Champions-League-Teilnehmern gehören. So, und wir sind diesen Weg sehr konsequent gegangen und haben dort wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung erzeugen können, eine richtige, eine richtige Leistungsbereitschaft in allen Bereichen und eine gute Zusammenarbeit mit der Vereinsführung. Und dann kam leider, kam eben dann die Dieselkrise, kam dazu und das hat ganz Wolfsburg verändert und das hat das ganze Umfeld auch verändert und hat plötzlich das Gebilde sehr verletzlich gemacht. Und auch sicherlich persönliche Fehler, die in der Phase gemacht worden sind, haben eben dazu geführt, dass wir diesen Weg, den dieser Klub gehen kann mit seinem Potenzial, dass wir den leider nicht einhalten konnten oder den nicht weiter fortführen konnten. Aber immerhin haben wir geschafft, aus dieser Ausgangsposition, wie gesagt, im Abstiegskampf mit dieser Mannschaft durfte man natürlich nicht absteigen, das ist ganz klar, aber dann eben Vizemeister zu werden, Pokalsieger zu werden, Supercup gewonnen auch noch. Also von daher, glaube ich, haben wir auch ein gutes Spektakel geboten und haben ein bisschen auch, glaube ich, für die Reputation und für das Image vom VfL Wolfsburg gemacht. Und da haben natürlich, das muss man auch sagen, da haben Spieler wie in erster Linie, Ivan Peresic habe ich eben genannt, aber in erster Linie natürlich jemand wie Kevin De Bruyne, der natürlich ein Jahrhunderttalent ist und der sich mit der Sache total identifiziert hat, hat natürlich dazu beigetragen, dass man plötzlich auf diesem Niveau arbeiten kann. Sie haben vorhin schon mal gesagt, Sie haben Fehler gemacht, Sie würden Dinge anders machen heute. Eben haben Sie auch nochmal angesprochen, es gab ein paar Fehler. Was waren so Ihre größten Fehler? Wo sagen Sie, Mensch, das hätten mir nicht passieren dürfen? Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man ist auf der einen Seite ist man zwar Chef und geht vorne weg und man muss immer sehen, dass eine gewisse Distanz muss da sein, aber trotzdem, und das glaube ich, kann ich für fast alle Jahre sagen und ich glaube, dass man nicht viele Spieler finden wird, die das auch anders sehen, dass ein enges Verhältnis da war und auch ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Und das Vertrauensverhältnis heißt nicht, dass man den Spielern nach dem Mund redet, sondern dass man eben auch manchmal knallhart ist, dass man manchmal Entscheidungen trifft, die woanders sagen, muss man nicht tun und so. Aber ich glaube, man muss auch so ein bisschen nicht immer ausrechenbar sein. Das ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir in den letzten halben Jahr, ist mir das verloren gegangen. Da waren zu viele Spieler nicht mehr in dem Sinne unter Kontrolle oder dass man da den Draht hatte, eben dann einzuwirken und sie auf den richtigen Weg zu bringen oder auf den Weg zu bringen, den ich für richtig halte. Und das hat so nicht mehr funktioniert und dann sind die Dinge auseinander gelaufen. Und das in einer Phase, wo ein Klub sowieso seine Einheit oder seine Bindung eben so ein bisschen verliert oder so das Miteinander, wo Probleme von außen kommen. Wenn das noch dazu kommt, dann kann es schwierig werden und genau das ist passiert. Welche Spieler waren das in erster Linie? Ich glaube, Benaljo haben sie damals auf die Bank gesetzt. Man muss sehen, dass man die, wie es so schön heißt, man muss die Kabine hinter sich haben, muss der Trainer, muss die Kabine hinter sich haben. Und was es bedeutet ist ja, dass die, die den Takt geben, die Sagen haben, dass man die auf seiner Seite haben muss. Und das war, glaube ich, dann eben nicht mehr so. Auch sicherlich Entscheidung, ich bin der Verpflichtung von Niklas Bentner, zu den Konditionen, wie man das gemacht hat. Hätte das eigentlich wunderbar zu Werder damals gepasst, so einen wieder zurückzuholen. Aber wir haben das in Wolfsburg nicht geschafft, weil, aus den verschiedensten Gründen, weil das Miteinander ging einfach nicht. Die Spieler haben das nicht verstanden, eben ihn einzubringen. Wir haben es als Verantwortliche nicht geschafft, ihn eben zu integrieren und, und, und. Es hat einfach nicht gepasst. Und irgendwo waren dann eben die Anführer oder die Meinungsmacher in der Gruppe, die standen einfach nicht mehr dahinter. Und dann ist es schwierig. Wenn dann nicht mehr daran geglaubt wird, dann wären Kleinigkeiten, wären dann plötzlich zu großen Dingen. Wenn man dann auf der Bank vielleicht was sagt und das dann nicht druckreif ist, dann wird das gleich rumgetragen. Und dann führt das dazu, dass man dann eingeschnappt ist. Es kommen verrückte Dinge dann zueinander, die einfach dann so eine Atmosphäre schaffen, die nicht mehr leistungsfördernd ist. Da muss man was verändern. Das war auch damals der Ansatz, ich glaube, dass Herr Gassier das nicht gerne gemacht hat, eben diese Entscheidung getroffen. Aber eins war klar, es musste was verändert werden. Entweder auf der Seite, da wo ich war, oder auf der anderen Seite. Und das ist natürlich da, wo nur eine Person ist, dass es etwas leichter ist. Das ist ganz klar. Und von daher gibt es auch überhaupt keine Enttäuschung oder Bitternis über die Entscheidung, die damals getroffen worden ist. Weil das stand einfach an. Es war schade, weil eigentlich hatten wir eine sehr gute Mannschaft, die aber nicht mehr ihr Potenzial abgerufen hat. War Bentner ihr größter Flop? War das die größte Fehlentscheidung? Ach, man liegt manchmal falsch. Das ist ja, wenn wir die ganzen Spieler jetzt aufgeführt haben, die positiv waren, die Liste können wir nochmal verlängern. Also da gibt es welche, die jetzt nicht so herausragend waren, aber die einfach gute Transfers waren. Fabian Ernst haben wir eben kurz gestreffen. Ein toller Transfer. Wunderbar. Bleiben wir kurz bei Bentner. War das ja ein bisschen zuvor? Nein, ich muss das ja ein bisschen erklären. Es ist eine Vielzahl von guten Transfers, wo man genau richtig gelegen hat. Aber natürlich sind doch ganz viele, die nicht funktionieren. Und einige sind eben spektakulärer und einige, das hat man eigentlich gar nicht so gemerkt. Und dann sind natürlich solche Dinge, wenn wir nochmal zurück zu Werder gehen, dann war es Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carlos Alberto. 7,8 Millionen. Ja, ja. Da war die VHS-Kazette kaputt, die Sie gesehen hatten, oder? Nein, weiterhin ist es jemand, der ein Spieler zu dem Zeitpunkt war, der außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Aber nochmals, es nützt nichts, wenn ich außergewöhnliche Fähigkeiten habe, wenn ich es alles nicht umsetzen kann. Man darf nicht vergessen, er war mit 18 Jahren, hat er die Champions League gewonnen. Oder mit 19, hat er die Champions League mit Porto gewonnen. Also das ist keiner, der, wo man sagen muss, ja, der hat Potenzial, der muss sich entwickeln und der kann dann vielleicht mal so gut werden. Der war schon so gut. Der war schon so gut. Natürlich kann man sagen, das war ein Risiko. Aber so einen Spieler kriegt man auch nicht für sieben Millionen oder sieben, normalerweise. So, und trotzdem, mit dem ist was passiert. Weil Carlos Alberto ist dann am Ende, bleibt nur stehen, dass er ein Chaot war und das und das und das gemacht hat. Aber den Menschen, das kann ich auch nicht erwarten, dass das so aufgebröselt wird und dass man so in die Tiefe geht, sondern man sagt nur, das hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Aber das war jemand, der, das kann ich glaube ich mit dem Abstand jetzt auch sagen, überhaupt nicht mehr mit einer Drucksituation umgehen konnte, der unter Druck total zusammengebrochen ist. Und wenn man Menschen so erlebt, in einer druckfreien Situation und dann in einer Drucksituation und dann reden wir auch über Medikamente und so weiter und all diese Dinge, die man so nicht wissen konnte. Hatte er psychische Probleme? Genau, genau. Und hat dann Antidepressiva genommen? Hat auch Medikamente genommen und das hat einfach dazu geführt, dass er nicht mehr das leisten konnte, was man von ihm, viel schlimmer, was er von sich erwartet hat. Was er von sich erwartet hat. Wenn man in Brasilien oder überall, wenn man gefragt hat nach den Qualitäten von ihm, da sind alle ins Schwärmen geraten. Er war von seiner Psyche, aber auch körperlich, war er nicht mehr in der Lage, das umzusetzen. So, und dann wird man auch zu einem anderen Menschen. Das ist so. Wir können alle sagen, der hat schöne Erklärungen jetzt dafür und das so. Aber ich will eigentlich, nein, ich will damit nur sagen, es ist ein bisschen mehr steckt dahinter. Warum Dinge nicht funktionieren. Manchmal ist es auch so, bei den Dingen, die funktionieren, da hat man auch Glück. Das ist nicht immer nur können, sondern es ist auch Glück, dass man eine Entwicklung eintrifft, die man so eigentlich gar nicht erwarten konnte. Aber da wird es eben sehr schnell gesagt, Fehleinkauf, Flop, ohne eben auch zu hinterfragen. Darf man vielleicht auch nicht erwarten, aber jetzt habe ich ja die Gelegenheit, das eben so ein bisschen zu erklären. Und so ist es bei jemandem wie Niklas Bentner, wo ich meinen früheren Kollegen, mit dem ich beim FC zusammengespielt habe, Morten Olsen, lange Zeit Trainer von Niklas Bentner, den ich natürlich angerufen habe. Und ich habe gesagt, Mensch, sag mir mal was zu Niklas. Ich kürze es ab, wir haben ein ganz langes Gespräch geführt, ganz, ganz lang. Und aus dem Gespräch kann man viel herausholen und hat mir natürlich auch alle Probleme gesagt. Aber eine Aussage hat am Ende auch dazu geführt, dass man diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe nie einen besseren Spieler gehabt, von seinen Qualitäten. Ich habe nie einen besseren Spieler gehabt. Man darf nicht vergessen, Niklas war als ganz, ganz junger Spieler, sind alle großen Klubs hinter ihm her gewesen. Ich habe nie einen besseren gehabt. Aber er ist natürlich ein Pulverfass. Aber wenn jemand das hinkriegt, dann seid ihr das. Wenn er in der richtigen Umgebung ist, dann kann das vielleicht gehen. So, es ging aber nicht. Es ging nicht. Nur, es steht ja immer was, es steht ja immer, es ist ja nicht so, dass man sagt, ist jetzt nichts auf dem Markt. Ja, dann nehmen wir den mal. Sondern es steckt ja viel Arbeit da hinter einem oder die geleistet worden ist, wo man sagt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und deswegen war das durchaus eine Herausforderung, die man, glaube ich, wagen kann. Aber wie es immer so ist, um nochmal einen Vergleich zu machen. Ich kann einen Ailton haben in einer funktionierenden Gruppe mit jemandem, der die Vaterrolle vielleicht übernimmt und den führt. Und der lässt sich führen und dann geht das. Wenn ich aber jemanden mit Problemen habe in einer Gruppe, die sowieso nicht homogen ist, dann geht das auseinander. Dann hat man vielleicht Glück, man gewinnt ein paar Spiele am Anfang und das geht. Dann rauft sich das zusammen, aber meistens geht das dann nicht so. Und dann ist man ein zu großes Risiko gegangen. Von daher war das eine absolute schlechte Wahl, um das mal so zu sagen, das zu machen. Einfach zu sagen, wir gehen dieses Risiko ein. Ich glaube, ich habe mit niemandem mehr Einzelgespräche geführt als mit Niklas. Niklas ist jemand, der ganz anders ist, wenn man mit ihm unter vier Augen Gespräche führt, als er eben in der Öffentlichkeit rüberkommt oder wie er sich erscheint. Also das ist ganz anders. Aber es nützt nichts, dieses Umsetzen dann eben in Mannschaftsleistung oder in eigene Leistung oder sich in eine Gruppe einbringen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und die Akzeptanz der anderen war auch nicht da. Aber das war auch zum größten Teil, war das auch seine Schuld. Dieses Pulverfass Bentner ist mal explodiert über den Wolken. Da ist ja mal Aaron Hunt an die Gurgel gegangen, ne? Ja, das ist in einer Gruppe, wir haben eben über Joamiku gesprochen. Also es kommt vor, dass man sich auch mal in die Haare gerät. Das ist ja auch so, dass... Was ist einem Flugzeug genau passiert? Das Schöne ist, dass man auch nicht alles sieht. Und dass wir meistens ganz vorne gesessen haben und die ganz hinten so... Was hat man ihnen erzählt? Aber das eben... Nicht, das soll sich da nicht so gut benommen haben. Aber das hat auch immer eine Vorgeschichte, ne? Das ist ja... Dann wird auch jemand dann ein bisschen provoziert. Ich will jetzt gar nicht die Schuld. Das gehört bei einer Mannschaft aber auch dazu. Nur es muss immer... Es muss immer bei den Aktionen, muss das immer Grenzen haben. Und er hat, Aaron Hunt eine gelangt. Und ja, was eigentlich unverzeihlich ist, das macht man nicht. Aber trotzdem gibt es insgesamt in einem Verhalten, gibt es Grenzen. Die sind eben das eine oder andere Mal überschritten worden und so. Und dann ist auch die Akzeptanz nicht mehr in der Gruppe da. Und vor allen Dingen, die Akzeptanz ist nicht da, wenn auf der anderen Seite auch nicht die Gegenleistung da ist. Wenn man nicht in diese Mannschaft einzahlt. Wenn man nicht hilft, eben Spiele zu gewinnen. Wie kriegen wir da jetzt einen schönen Bogen rein in Wolfsburg? Jetzt haben wir über Top-Transfers gesprochen. Jetzt haben wir über Bentner gesprochen, über Fehler gesprochen. Wir haben noch eine Frage von Dieter Hecking. Den haben sie entlassen. Und trotzdem stellt er Ihnen eine ganz tolle Frage. Ja, Dieter Hecking vom Hamburger SV. Ja, lieber Klaus, eines unserer größten Erlebnisse war die Champions League. Und daran geht dann auch eine Frage im Viertelfinale in Madrid. Was hast du gedacht, als Ronaldo uns den Freistoß aus 20 Metern genau im Winkel geknallt hat, durch die Mauer durch? Das wäre meine Frage an dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Und sende liebe Grüße aus Hamburg. Ja, tolle Zeit, die wir zusammen hatten beim VfL. Ich glaube, für die Spieler, für Dieter und auch für Dirk Bremser, sein Co-Trainer. Ich glaube, dass wir eben auch gemeinsam eine Menge gelernt haben. Und dass das für alle eben auch nochmal ein Entwicklungsschritt war. Also von daher war das auch nicht einfach, Ihnen damals dazu sagen, wir kommen hier nicht weiter. Aber es war eine schwierige Zeit. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich das heute nochmal so machen würde oder ob ich einfach noch ein bisschen mehr Geduld hätte und auf andere Signale achten würde, als ich es damals getan habe. Ich habe auf Signale gehört, aber die waren scheinbar nicht richtig. War es ein Fehler, Ihnen zu entlassen? Im Nachhinein ja. Ich glaube, dass die Konstellation für alle, für jeden Trainer, für Dieter, wenn er geblieben wäre, wäre es schwierig gewesen. Aber auch für alle, die die Aufgabe übernommen haben, war es schwierig. Es war, wie gesagt, es war nicht mehr dieser, dieser Spirit war nicht mehr da. In Wolfsburg Ende 2012, 2013 haben wir den gehabt. Wir haben gesagt, wir sind hier, alle finden uns blöd, keiner kann uns leiden. Und wir, wir sind aber hier eine Truppe, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir, wir werden denen zeigen, was wir können, wozu wir in der Lage sind. Ihr seid alles Fußballer, ihr seid positiv. Und das werden wir denen draußen zeigen. Und das war, das hat uns so richtig zusammengeschweißt. So auch noch, wir haben schlimme Dinge erlebt. Der Tod von Junior Malanda zum Beispiel, was uns ja wirklich die Beine weggerissen hat. Aber wo wir hinterher eine Stärke rausgezogen haben, die außergewöhnlich war. Das ist so eine, das war ein Effekt, der, wo plötzlich jeder seine persönlichen Interessen zurückgestellt hat. Was kann ich für ihn, was kann ich für Junior tun? Der wäre eigentlich bei uns und was, was, was können wir tun? Und das, das hat uns so eine Kraft gegeben und so eine Stärke gegeben, nachdem der erste Schocks überwunden war. Das waren schon verrückte Dinge so. Und also, wir haben da schon besondere Zeiten erlebt. Deswegen, die waren auch sehr intensiv mit Erfolgen und mit Entwicklungen. Und es wäre schwer geworden, da eben wieder, da hätten schon große Veränderungen, hätten vorgenommen werden müssen. Und das war aber zu der Zeit, war das nicht möglich. Zu Dieters Frage, Mensch, wir hätten das Hinspiel, hätten wir schon mindestens 3-0 gewinnen müssen. Real war zu der Zeit auswärts, haben sie es nicht gut gemacht. Das war das Viertelfinale 2016 dann? Ja, sie haben es nicht gut gemacht und wir haben sie wirklich kontrolliert. Es war wirklich kein Glück oder sowas, wir haben richtig gut gespielt. Und wir hätten mindestens 3-0 gewinnen müssen, mindestens 3-0. Da war es aber nur 2-0. Eigentlich auch ein gutes Ergebnis, nur wenn er auf der anderen Seite Ronaldo ist, ist das nochmal, das hat er ja nicht nur in dem Spiel gezeigt, sondern in vielen anderen Spielen auch. Dass er einfach diese Qualität hat, wie auch immer dann, ja, Angst und Schrecken zu verbreiten. Dann eben auch Tore zu schießen. Und dann machen wir auch Fehler und haben es auch nicht gut gespielt. Und dann war eine Mannschaft, die, eigentlich wären sie reif gewesen, auszuscheiden Real Madrid. Ich sage ganz ehrlich, natürlich haben sie das Spiel 3-0 gewonnen, aber eigentlich hätten wir das, wir hätten das verdient, aufgrund des Hinspiels da eben weiterzukommen. Aber es waren ein paar Dinge, die eben nicht so gepasst haben, bis eben zu einem abgefälschten Freistoß und so weiter. Und ja, riesen Enttäuschung natürlich. Das ist klar, dass man kurz vor einem Einzug ins Halbfinale, wenn man sieht, wie schwer das ist und das mit Wolfsburg zu schaffen, das ist und dann gegen Real Madrid. Das hätte schon was bedeutet. Alles toll, Hinspiel war super, aber es geht eben darum, dann eben auch den Sack zuzumachen. Wir sprechen über das internationale Geschäft, wir sprechen über einen norddeutschen Klub gegen einen spanischen Klub. Und kommen zu einer Frage, so langsam zum Ende von Folge 1, die ein bisschen länger dauert als sonst, von Tim Wiese. Da hören wir jetzt mal rein. Tim Wiese hat nämlich eine Frage an Sie, die er sehr süffisant stellt. Da steckt, glaube ich, noch ein bisschen Gesprächspotenzial drin. Hey Klaus, ich grüße dich. Dein alter Weggefährte Tim Wiese ist hier. Wir haben viel erlebt, viele Hochs, mal ein kurzes Tief. Meine Frage ist an dich, warum wolltest du eins nach einem Spiel in Valencia uns die Gehälter streichen oder einfrieren? Das würde ich heute gerne mal wissen. Also, mach's gut. Ciao. Habe ich eben so ganz kurz angedeutet, so Entscheidungen, die viele nicht nachvollziehen konnten. Aber trotzdem vorher zu Tim Wiese. Und ich finde es nett, dass er das auch so formuliert hat, weil am Ende sind wir natürlich ein bisschen, ich will nicht sagen Streit, aber wir sind getrennte Wege gegangen. Aber man muss auch immer wissen, meine Frau mag Tim Wiese sehr gerne. Hat in der Nähe, draußen in Oberneuland, haben wir nicht weit voneinander gewohnt. Und also von daher sind Riesensympathien. Aber es sind immer sportliche Entscheidungen, die natürlich den Ausschlag geben müssen. Und dafür bin ich natürlich als sportlich Verantwortlicher, war ich dann auch immer derjenige, der das entscheiden musste oder aussprechen musste. Und dann ist man manchmal, schlägt sich das auch auf natürlich die persönlichen Beziehungen nieder. Das ist ganz klar. Und dass man dann eben auch nicht mehr so gut miteinander kann, das ist auch nachzuvollziehen. Aber da spielt eben auch jeder seine Rolle. So, aber Tim hat es trotzdem, und da habe ich genau zugehört, wir haben viele Hochs gehabt und ein paar Tiefs. Aber die waren wesentlich weniger zahlreich als die Hochs. Und Tim hat eine tolle Entwicklung bei uns gemacht und ist immer noch der Held in Bremen. Insbesondere, wenn man natürlich auch über den HSV, über das Heldnis HSV und Werder redet, dann ist er natürlich immer noch der Hero. Und hat so tolle Spiele für uns gemacht. Und ja, das zu Tim, das war eine Geschichte, wo wir aneinander geraten sind, nicht nur mit Tim. Ich weiß gar nicht, er sagt nach dem Spiel gegen Valencia, ich weiß gar nicht mehr, ich kann es zeitlich gar nicht mehr einordnen. Aber wir hatten eine Phase, wo wir richtig schlecht gespielt haben. Wo meiner Meinung nach, nach der Meinung von Thomas Schaaf, wo einfach ein paar Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Und schlecht kann man spielen, vor allem, wenn eine Mannschaft dann auch nicht gut, wenn die von der Qualität her nicht so gut ist, wenn das Potenzial nicht da ist, ja, dann muss man sich damit abfinden. Aber wenn man alles tut dafür, so, aber das war, zu dem Zeitpunkt war das nicht der Fall. Was hat man für Möglichkeiten als Verantwortung? Man kann sich jedes Mal hinstellen und sagen, man kann wieder eine Brandrede halten, so, das haben wir einmal, so. Und dann beim zweiten Mal, ja, dann wird schon nicht mehr zugehört beim dritten Mal. Irgendwann ist dann noch Feierabend, dann kann man auch nichts mehr, dann kann man dem auch nichts mehr hinzufügen. Ich hatte dann die glorreiche Idee, einfach die Gehälter zu kürzen, was natürlich, was natürlich nicht erlaubt ist, was natürlich auch nicht dauerhaft durchgezogen worden wäre. Nur, was ich damit erreichen wollte, war eigentlich, dass es einen Aufschrei gibt, dass sich die Spieler im Idealfall zusammentun und zusammenrotten und sagen, so geht das aber nicht. Dass sie zusammenkommen, meinetwegen gegen Werder, meinetwegen gegen meine Person, aber das, was geschieht, dann ist das natürlich auch begleitet worden. Ich habe das gemacht, das gebe ich zu, das war nicht richtig, aber manchmal habe ich auch Dinge so gemacht, ohne meine Kollegen in der Geschäftsführung da einzuweihen, beziehungsweise die vorher zu fragen. Und natürlich auch ohne den Aufsichtsrat zu fragen. So, und dann gab es natürlich, von Willi Lemke gab es damals dann natürlich auch sofort einen Rüffel und dadurch ist das so ein bisschen auch abgeschwächt worden. Also, aber das war der Grund. Anders haben wir keine Möglichkeit mehr gefunden, Straftraining, uninteressant oder was man macht oder Geldstrafen oder sowas. Wir haben einfach nur die Hälfte vom Gehalt ausgezahlt und war außergewöhnlich, war auch nicht erlaubt und die Spieler haben hinterher auch ihr ganzes Geld bekommen, aber zumindest hat es mal ein Nachdenken gegeben. So, und ich glaube ein Stück weit und hinterher haben wir auch gar nicht mehr, haben wir auch wieder die Kurve bekommen, also zumindest hat es dazu geführt, dass man sich mal geschüttelt hat und hat gesagt, was ist hier überhaupt los? Und das war vorher eben nicht der Fall und lieber Tim, das war, das war der Grund, dass das nicht auf Gegenliebe gestoßen ist, das ist ja ganz klar. Wie viele Berater haben sich da gemeldet, wie viele Anwälte haben sich da gemeldet, Arbeitsrechtler, die gesagt haben, sag mal, was ist denn bei euch los? Es war eigentlich harmlos, es war eigentlich harmlos. Ich glaube, es hat auch lange gedauert, es war gar nicht so, dass am nächsten Tag alle dann auf der Matte standen, sondern ich glaube, dass ein Stück weit die Spieler auch verstanden haben, wir haben auch so ein bisschen, sind wir hier in der Bringschule. Also das war jetzt nicht so der totale Aufstand, aber hinterher eben mit all den Begleiterscheinungen war das dann hinterher eine Diskussion, die dann leider so ein bisschen in die falsche Richtung gegangen ist, aber das Geld ist sowieso gezahlt worden. Aber der Sinn und Zweck, und das war ja die Frage von Tim, war einfach mal so ein bisschen aufzurütteln und auch mal nicht nachvollziehbare Dinge oder vielleicht auch unvorstellbare Dinge zu machen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Spieler das in der Phase auch gemacht haben. Handeln Sie da sehr aus dem Bauch heraus dann? Sehr emotional? Ja, das ist ja keine Sache, jetzt kriege ich kein Geld mehr, sondern es ist einfach die Frage, wie kann man was verändern, wie kann man Einfluss nehmen? Natürlich ist das emotional, wenn ich jetzt hingehe und eine Sitzung mit meinen Geschäftsführerkollegen einberufen hätte, wenn wir dann anschließend noch im Kreis des Aufsichtsrats diskutiert hätten, wenn wir dann noch den Rechtsbeistand angerufen hätten, ja dann wären wir natürlich zu einem anderen Ergebnis gekommen, aber dann hätten wir diesen Effekt doch nicht gehabt. War das oder ist das so typisch Alofs, dass Sie auch mal aus dem Bauch heraus handeln? Ich habe das jetzt gerade auf dem Schirm, weil es gab noch diese Geschichte, als Sie damals beim Transfer von André Schöle gesagt haben, auf die Frage hin, ob er kommen wird von Chelsea zu Wolfsburg, haben Sie gesagt, er wird nicht kommen, Ehrenwort und einen Tag später war er da. Ich bin schon jemand, der auch aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft. Also das ist, man muss überzeugt sein und ich glaube auch, dass man nicht alles eben an allen Stellen absichern kann und sich überall eben Ratschläge holen kann und so, weil dann hat man irgendwo, hat man das dann nivelliert. Dann ist man irgendwo, hat man dann, ist man irgendwo in einem Entscheidungsband. Und wenn man eigene, dann kann man ganz falsch liegen, aber kann auch vielleicht auch ganz richtig liegen. So, das ist so. Und auch vielleicht anders entscheiden, als das andere machen. So, und deswegen, das muss ich auch lernen. Also am Anfang hatte ich, als ich begonnen habe bei Werder, dann haben meine Kollegen schon gesagt, dass ich eben wenig teamfähig mich gezeigt habe, eben was die Entscheidung angeht. Aber ich glaube, das habe ich aber gelernt und das haben wir auch sehr gut hinbekommen und so. Aber das war etwas, wo man auch lernen muss. Davor war ich Spieler, davor war ich Stürmer, wo man natürlich Mannschaftsspieler ist, aber wo man auch, da muss man auch Entscheidungen treffen. Da muss man manchmal sogar egoistisch sein, um vielleicht eben anschließend das Richtige zu machen. So, und das, das ist natürlich irgendwo auch noch drin gewesen. Das hat sich aber, glaube ich, im Laufe der Jahre hat sich das schnell geändert. Aber diese Bauchentscheidungen, klar, die sind da. Aber ich wollte irgendwas sagen, da bin ich jetzt, bin ich jetzt abge... Oh, habe ich Sie vom Thema abgemacht? Ja, ich wollte eigentlich... Wo waren wir? Wir waren beim Ehrenwort? Genau, das war das. Ja, in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen, fand ich gemein. Dass Sie das gesagt haben. Nein, fand ich gemein, dass man sich, dass man mich auf ein Ehrenwort festgelegt hat. Also ein Ehrenwort ist schon, ist eine Aussage. Das ist, vielleicht hätte ich es so auch nicht sagen dürfen. Ich sage es anders, ich hätte es so nicht sagen dürfen. Aber wer dieses mit je kennt, der weiß, dass man manchmal Dinge so sagen muss. Wenn man sie anders sagt, dann kann man nicht das aussagen oder kriegt man nicht das Ergebnis hin, was man erzielen möchte. Also sie in Verhandlungen gefährdet vielleicht, oder? Ja, und bei André Schürrle war es so, dieser Transfer ist zehn Minuten vor Ende der Transferperiode realisiert worden. Das Schweren kam noch dazu, dass wir die Verhandlungen mit England geführt haben, wo sie eine Stunde mehr Zeit hatten. Also die haben auch nicht verstanden, dass wir sehr unter Druck waren. Durch die Zeitverschiebung? Verschiebung. Eine Stunde. Es war wirklich so, dass wir, wir hatten Vorstellungen, von denen wir also absolut nicht abweichen wollten. Das war für uns eine Voraussetzung. Und wir haben wirklich die Gespräche bis zehn Minuten vor Ende der Transferperiode, das war 18 Uhr war das, an dem Tag haben wir die geführt und haben gesagt so, wenn jetzt nicht euer Fax kommt mit der Unterschrift, ist Feierabend. Und am Ende ist es dann so akzeptiert worden. Für uns war das was ganz Wichtiges. Ich kann gar nicht mehr genau sagen. Es waren natürlich finanzielle Dinge und, und waren noch ein paar andere. Deswegen, einen Tag vorher war das sowieso noch nicht sicher. Und eins war auch klar, wenn wir das Signal in Richtung Chelsea senden, dass wir ihn auf jeden Fall verpflichten werden, dass wir den schon als verpflichtet praktisch präsentieren, dass wir dann in eine Ausgangsposition, in eine Fahndungsposition kommen, die noch schlechter ist, als sie sowieso schon war. Und weil Chelsea braucht kein Geld. Zu dem Zeitpunkt war das so, weiß ich, wie es jetzt ist. Das war eigentlich der Grund, das so zu sagen. Und dass mir das hinterher wirklich als, ich bin als Lügner dargestellt worden. Oder der, der sehr leichtfertig mit seinem Ehrenwort umgeht. Und das, das hat ein bisschen wehgetan, ja. Was auch wehgetan hat, war, und damit kommen wir zum Ende von Folge 1, die, wie gesagt, ein bisschen länger geworden ist als geplant. Und, aber sehr, sehr schön, weil sie einfach sehr viel erzählen, sehr unterhaltsam erzählen und sehr ehrlich erzählen. Und ich dafür sehr dankbar bin. Im Jahre 2000 haben sie Ivi Czabanovic verpflichtet. Ja. Einen Kroaten. Ja. Zu Werder geholt. Und damals gab es einen kleinen Schreibfehler in einem Vertrag. Erinnern Sie sich? Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Die Summe war, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. 3,7 Millionen Mark. 3,7. 3,7 Millionen Mark. Aber die Summe in Worten war anders. Ist das richtig? Ja. Ich glaube 7,3. 7,5. Also 7,5. So. Also sprich, im Vertrag stand einmal die Zahl. Einmal die Zahl. 3,7 Millionen. Ja, ja. Und einmal dann darunter in Worten 7 Millionen 500.000. Ja. Natürlich ist das zu erklären. Im Jahr 2000 sagten sie, oder? Ja. Ja, gut. War mein erstes Jahr, zweites Jahr. Aber das ist ja eigentlich nicht entscheidend. Aber was eben in solchen Verhandlungen passiert, heute vielleicht nicht mehr. Früher haben wir ja nicht mit. Zuletzt waren Verträge, da sind die Inhalte sind. Heute gibt man die Inhalte vor und dann macht das eine Abteilung, die schreibt die Verträge. Die ist dann dafür zuständig. Die Rechtsabteilung macht dann die Verträge und sieht zu, dass das inhaltlich in Ordnung ist. So, das kann man dann nochmal durchlesen und so. Zu der Zeit war das noch ein bisschen was anderes. Da hat dann die Sekretärin, hat dann das noch gemacht. Und dann wurden Dinge, teilweise ein alter Vertrag, neuer Vertrag wurde. Kaufkopiert. Woraus kopiert oder wie auch immer. Fakt ist, dass es überlesen worden ist. Und ich habe es unterschrieben. So, und dann hat das natürlich eine Menge Ärger bereitet. Das war eine harte Geschichte. Das ist einfach ein Fehler. Das darf nicht passieren. Aber das Positive war, es gab ein Happy End. Dass wir da eben glaubhaft machen konnten. Weil es eben in anderem Schriftverkehr, das muss man vielleicht auch noch erklären, das war ein Dokument. Aber in anderem Schriftverkehr war immer nur die Rede von 3, noch was. Und da sind wir beim Ende von Teil 1 und gleichzeitig auch beim Anfang von Teil 1. Sie waren damals etwas jezornig und haben das auf dem Platz geregelt. Sie haben damals den Journalisten, der die Geschichte geschrieben hat, einen Bildkollege auf dem Platz. Was haben Sie genau gemacht? Sagen Sie es. Wir haben ein Spiel Werder-Bedienstete, glaube ich, gegen die Sportjournalisten gemacht. Es wurde ein Kunstrasenplatz eingeweiht. Es war die feierliche Einweihung des Kunstrasens. Und die Geschichte war kurz vorher auf dem Markt mit dem Schreibfehler? Ja, war so, dass wir da sind wir in den Zweikampf geraten und ich habe faul gespielt, muss man sagen. Und der Kollege hat sich entrüstet und zurecht. Und dann stand wir aufeinander und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Was denn? Ja, habe ihm, glaube ich, eine Ohrfeige gegeben. Das sind Dinge, die bin ich nicht stolz drauf. Aber ja, es ist passiert. Und wo ich aber stolz drauf bin, ist, dass wir hinterher wieder, ich glaube, dass da nichts mehr nachhängt, sondern dass wir uns wirklich gut verstanden haben, auch in der Zusammenarbeit, dass wir das wieder hinbekommen haben. Dass man Fehler machen kann und dass man trotzdem wieder aufeinander zugeht und, glaube ich, nicht nur professionell miteinander arbeiten kann, sondern wirklich auch vertrauensvoll miteinander arbeiten kann. Ich glaube auch, dass der liebe Kollege Christoph Sonnenberg, der damals bei BILD war, jetzt beim Weserkurier ist, dass er nicht mehr sauer ist. Mir fällt gerade auf, wir haben ganz schön viele Ohrfeigen gehabt. Bändner gegen Hand, Miku gegen Trahmann, Alofs gegen Sonnenberg. Das hört sich ganz schlimm an. Dabei bin ich stolz darauf, dass wir fast immer eine Gemeinschaft hatten, wo es total gesittet und friedlich miteinander umgegangen ist. Was aber nicht bedeutet, dass es diese Einzelfälle, die dann vielleicht, die dann besonders herausstechen. Aber dass wir fast immer solche Spiele hatten, die sich auch mal abgegrätscht haben im Training. Das muss auch sein, dass man das nicht will, aber das muss sein. Das galt nicht das Recht der Fäuste. Und da bin ich auch stolz drauf. Und der Vorfall ist ja auch 20 Jahre her. Und dank Corona sitzen sie nicht in Reichweite, also sprich zwei Meter entfernt. Und ich bin hier in Sicherheit von daher. Selbst wenn sie nicht in Sicherheit wären, wären sie trotzdem in Sicherheit. Die letzte Frage für Teil 1 ist auch gleichzeitig dann der Übergang zu Teil 2. Die kommt von Karl-Heinz Rummenigge. Hören Sie sich die Frage in Ruhe an. Die Antwort hören wir dann in Teil 2. Lieber Klaus, kannst du dich noch an dein glorreichstes Länderspiel erinnern? Europameisterschaft 1980, Deutschland-Holland in Neapel. Drei Tore von Klaus Alofs. Es war unglaublich warm und du hattest dein bestes Länderspiel wahrscheinlich in deiner ganzen Karriere. Ich hoffe, es geht dir gut. Alles Gute. Viel Spaß bei BILD. Die Antwort, die gibt's nächste Woche hier in Folge 2 mit Klaus Alofs im Phrasenmäher. Und dann hören wir auch viele weitere Fragen von Fußball-Promis wie Horst Held und Marco Bode. Und Klaus Alofs verrät uns obendrauf, was er damals gedacht hat, als ein Werder-Spieler plötzlich mit Sarah Connor zusammen war. Während du jetzt vielleicht schon gespannt auf die nächste Folge wartest, kannst du natürlich den Phrasenmäher in deiner Podcast-App abonnieren. Dann bekommst du immer eine Info, sobald eine neue Folge für dich da ist. Nächste Woche ist das der Fall. Dann gibt's klar Folge 2 mit Klaus Alofs. Ich freue mich jetzt schon drauf und danke dir fürs Zuhören.